Heyo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 3. So, jetzt macht er nur eine Aufnahme. Vorhin hat er gerade zwei gemacht, sehr seltsam. Jetzt scheint alles zu stimmen. Ähm, ja, ich nehme gerade eine ganze Menge auf. Ich muss das alles mal hochladen. Äh, ich habe aktuell 23 Stronghold Crusader. Die Nummer 24 ist sehr schwer. Den Level kriege ich gerade nicht gebacken. Der ist zu knackig. Ich bin auch am überlegen, ob ich dann einen anderen Level nochmal neu spielen muss, ohne Brot zu machen, weil es kein Weideland gibt. Ähm, und ich das Zeug nicht produziere. Regeltechnisch müsste ich es, aber kein Bock. Also da muss ich schauen, vor allem weil das bedeuten würde, ich müsste diesen Level, den ich jetzt mache, ohne Brot machen, was noch schwieriger wäre. Und ich schaffe es jetzt schon nicht. Da, deswegen, ich muss mal gucken. Ich möchte noch ein bisschen rumprobieren. Irgendwann. Irgendwann. Mal gucken. Dann habe ich 12. 3, 12. 12 Hälter Ringe, die wieder hochkommen. Ich habe noch alte... XCOM 2, die auch noch hochkommen. Also die sind schon oben. Die habe ich irgendwann mal vergessen freizustellen. Keine Ahnung, muss ich auch noch anschauen. Und jetzt halt die, äh, Crusader Kings 3, wo das jetzt die achte Episode ist. Die achte. Die sechste mit Augsburg. Und ich muss sagen, es läuft ganz gut. Also die ersten beiden Episoden waren wacky. Ist doch kein schöner Start gewesen für euch, gebe ich ganz ehrlich zu. Da schäme ich mich auch ein bisschen. Aber, hier läuft's. Und da spielen wir jetzt auch weiter. So, wo zur Hölle? Wieso ist der ungültig? Egal. Als Herzog Stefan, der ist schon alt, der Typ. Boah. Der wird auch bald wieder sterben. Ungeil. Ich habe mir hier ein paar Dinge aufgeschrieben. Das war noch der Zettel, ähm, wo ich mir mal das mit den Aufgeboten und dem Gold angeschaut habe, mit den Steuern. Und ich schaue hier aktuell viel Hand of Blood. Viele von euch wahrscheinlich auch. Ähm, weswegen ich auch überhaupt dazu gekommen bin, das Spiel selber zu spielen. Äh, wie ich es jetzt tue. Let's play, go. Ähm, ich ziele gar nicht davon ab, viele Leute damit zu hucken. Ich will es für mich spielen. Es macht Spaß, um es aufzunehmen. Macht nochmal es lebendiger. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Aber, zwei Dinge kamen in seinem Stream vor, die ich mir anschauen möchte. Das eine ist die Kultur. Weil, ich bin der Kulturführer. Ja, und irgendwo kann man vielleicht etwas ändern. Also, wir sind hier in der Kultur. Ich bin der Kulturführer, ne? Ich bin der Kulturoberhaupt. Und der Herrscher hat die meisten bayerischen Grafschaften in seinem Reich. Elf Stück, das ist nice. Ich weiß, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich, ob ich etwas forschen kann. Ne? Ähm, dass ich sag, hey, wie wäre es zum Beispiel mit... Keine Ahnung. Vermutlich in etwa 176 Jahren entdeckt. Das ist halt ewig hin. Das macht... So, indem wir uns Basischance klicken, um als Kulturinteresse auszuwählen. So. Bäm. Stadtplanung. Oder ich mache Kriegsgrund. Dann ist das das Interesse. Ah, so wählt man die aus. Okay, okay, okay. Stadtplanung. Was macht das? Stadtplanung. Kann folgendes bauen. Dorfzentrum, Schrein, Gebetsheil und Handelsaußenposten. Okay. Oder Kriegsgrund. Äh, kann folgenden Kriegsgrund nutzen. Dejour, Grafschaft. Individuell. Grafschaft ist blablabla, genau. Okay, das ist ja auch interessant. Oder Motten. Äh, schaltet Befestigungsgebäude frei. Motten. Was macht Motten? Stammesepoche, Motten. Alle Befestigungsgebäude. Der Stamm ist, oh, das ist auch stark. Aber ich nehme jetzt mal Stadtplanung. Da sind wir ganz weit. Das passt soweit schon. So, was ich irgendwann glaube, ich brauche, weil ich bin ja, ich will ja immer noch hier hinkommen. Ich brauche königliches Vorrecht. Das gibt es hier. Das heißt, ich muss ins Frühmittelalter. In ungefähr vier Jahren kommen wir ins Frühmittelalter. Steht hier. Das ist gut. Dann gibt es königliches Vorrecht. Dann kann ich das machen. Und sobald ich die hohe Lehns-Autorität habe, kann ich... Vielleicht hier die... Genau. Innovation Primogenitur. Die brauche ich noch. Eine Innovation Primogenitur. Gibt es die erst hier? Das wäre doof. Oder gibt es die gar nicht? Doch hier hin. Spätepoche. Öl. 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 Okay, das wird noch lange dauern. Erbteilung, Bundteilung. Was ist Erbteilung? Bei der Erbteilung werden eure Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Bei der Bundteilung werden eure Titel unter euren Kindern... Und dabei können auch neue Titel entstehen. Öl. Großteilung. Geht der Löwenanteil an euren Erben. Der Rest wird auf... Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Die Großteilung. Ne? Ähm. Das größte... Das meiste geht an meinen Erben. Ich brauche Heraldik. Wo gibt es Heraldik? Hier nicht. Hier vielleicht? Heraldik? Wenn ich es vorrecht... Äh. Oh, dauert auch lange. Bis 1050. Mhm. Okay, das wird noch ein bisschen dauern. Erbherrschaft. Erbteilung. Titel gleichmäßig aufgeteilt. Das ist halt auch doof. Na, weil... Ne. Okay. Ist das besser? Ja. Ja. Na ja, müssen wir mal schauen, was wir da machen. Aber das dauert noch lange hin. Leider. So, ich habe hier wieder ganz viele Boni... Äh, nicht Boni. Äh. Tipps. Ich hätte mir noch was zu trinken holen sollen. Ich bin noch nicht durstig. Und müde. Ist schlimm. Schlimm, was mit meiner Müdigkeit ist. Ich müsste mal wieder mehr powern. Nachfolge. Der König ist totlang mit der Königin. Ja, das ist auch... Okay, wo sind wir hier? Festmahl. Brauche ich nicht. Koste nur Geld. Kriege erklären. Viel. Das wollte ich machen. So. Ich habe mir die Kultur lang geschaut. Jetzt wollte ich noch gucken. Und zwar, das kam auch vor. Es gibt spezielle Gebäude. Ähm. Also es gibt spezielle Gebäude. Zum Beispiel... Harzsammler. Uh, Steuer. Graf Randolf. Okay. Das ist jetzt kein besonderes Gebäude. Ähm. Wow. Zunfthäuser. Fällwergen. Blutthomzimmer. Der hat auch einiges gebaut, der Graf von Alpsee. Krass. Das ist auch noch so ein Ding. Gebäude bauen brauche ich gar nicht in... ...anderen, äh, Dingsis, ne? Weil da bauen andere Leute schon rum. Nur in die, die ich selber halte, sollte ich was bauen. Wo ich selber... ...Titel habe. Zum Beispiel hier, da, oder in München jetzt. Das ist meins. In München was zu bauen, würde Sinn machen. Ne? Zum Beispiel, Höfe und Felder. Gönnung. So. Macht schon mal Sinn. Weil, Körnir, ist meins. Bumm. Könnte ich vergeben, will ich aber nicht. Ich will ja hier so viele Domänen wie möglich haben. Aber es gibt besondere Gebäude. Ich zeige euch das mal. Das haben wir nämlich hier oben schon gesehen. Hier in Göttingen. Der hat ja übelst, der hat ja übelst viel Beute. Und es liegt auch daran, weil er hier die Rammelsbergbergbausiedlung hat, die fünf Steuergelder pro Monat macht. Das ist das Erzbergbergbergbergrausiedlung, das ist ein Sondergebäude. Und dann wäre halt mal interessant zu wissen, aha, wo gibt es Sondergebäude? Da wollte ich mal suchen, ob ich die irgendwo finde. Ob es eine Liste gibt an Sondergebäuden. Gebetshals ist kein Sondergebäude. Es gibt nämlich, also es gibt hier, zum Beispiel beim Glauben, Köln zum Beispiel, ist eine heilige Städte. Da könnte ein Sondergebäude gebaut werden. Hat ein Anwesen. Dann hat es hier noch eine heilige Städte von Canterbury. Das ist einfach diese Grafschaft, die ist halt wichtig. So, und hier ist die Kathedrale von Canterbury. Es gibt Steuern, mehr Besitztumsteuern und, und, und. Das ist ein, auch ein Sondergebäude. Und solche Sondergebäude gibt es überall. Ich habe leider nur noch nicht herausgefunden, Religionskrieg. Will ich da mitmachen? Ich glaube, da habe ich gesagt, da will ich nicht mitmachen, weil das ewig weg war. Ja, also ich könnte da runter gehen. Aber da sind schon Verbündete. Und so viel Geld gibt es hier auch nicht mitzuholen. Das hat der schon, da ist nichts mehr, das ist egal. Der gewinnt das auch alleine, da muss ich nicht mitmachen. Weil ich ja eh was anderes machen wollte. Und der ist ganz da oben, da schicke ich sicher keine Armee hin. Das können die voll vergessen. So, aber so Sondergebäude wollte ich ja gucken. Also in München zum Beispiel habe ich jetzt nichts gesehen. In München war jetzt einfach nur hier Holzkaserne und das war's. Hier hat es nichts. Ich weiß halt leider, das ist halt das Ding, ich kenne mich geografisch und geschichtlich sehr schlecht in der Welt aus. Fürstengebäude, genau. Ansonsten gibt es Fürstengebäude bei normalen Dingen. Aber, weil sowas wie Göttingen zum Beispiel, wäre es halt ultra wert, sich zu holen. Na, wenn du Göttingen hast, Geld des Todes ist halt richtig viel wert. So, ähm. Den Anspruch kriege ich aber nicht. Leider. Sehr bedauerlich. Ja gut, also so ist es ungefähr. Das Königreich Bayern. Gibt es das überhaupt noch? Germanien gibt es noch. Bayern ist da unten. Königreich Bayern. Das ist klein. Gibt es doch nicht mal. Das Königreich von Ostfrankreich ist sehr groß geworden. Bayern ist richtig klein geworden. Aber das kriegen wir hin. Also ich will ja Bayern groß machen. Hier das Königreich von Bayern. Im Vergleich. 1.000. Ah ne, das könnte hier dazu. Ja, aber hier ist doch das. Ja, hier war doch gerade eben noch das. Ah, das gibt es noch nicht. Okay. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich sehe halt hier zum Beispiel keine Sondergebäude. Das ist irgendwie schade. Und ich habe zwar mal gegoogelt, wo es die haben könnte, aber auf Englisch. Und das hilft mir dann leider auch überhaupt gar nicht. Deswegen. Also da. Ich finde es halt schade, dass man hier. Wenn ich hier jetzt mal nach Sondergebäude google. Ah, guck mal. Ah ja. Ah, okay. Was hat's hier? Grafschau von Dannenberg? Nix. Schade. Ja, schade. Weil Göttingen ist halt hier Sondergebäude. Lustig von Sonder. Schade. Es wäre mal cool, eine Übersicht zu haben. Ich gehe mal nochmal nach Göttingen. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine Liste. Sondergebäude. Sondergebäude sind einzigartige Gebäude, die vor bestimmten Orten stehen. Dazu gehören unter anderem antike Weltwunder, Dome und bekannte Minen. Manche von ihnen sind schon Beginn des Spiels verbaut, andere müssen weiter ausgebaut werden. Sondergebäude sind gemeint und sehr mächtig und es lohnt sich für sie zu kämpfen. Genau. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Das ist das Problem. Und das wollte ich eigentlich mal gucken, wo es die hat. Ob es eine Liste oder sowas gibt. Weil das wäre sehr spannend gewesen. Sondergebäude. Ich weiß nicht. weil selbst wenn ich nach special buildings google so eine liste wäre halt mal interessant gewesen special buildings guide so den hat es hier zwar aber da steht dann halt leider bloß so krams drin wie das ist zum beispiel ein also da stehen nur beispiele drin und keine keine liste ich müsste mal müssen wir nach einer liste googeln da ist wieder nur ein guide vor zwei tagen mal gucken liblablub so da ist ein tempel ja ich habe 500 euro amazon gewonnen danke cool imami ali mosk also da gibt es wahrscheinlich viel genoa zum beispiel kenne ich gar nicht das wäre jetzt titel finden nein what the freak titel finden so genoa gibt's das das ding ist manches heißt halt auch anders naja das ist halt groß höchstentum ungarn genf grafschaft von genf da ist halt nichts also das wäre mal ganz cool wenn es die auf deutsch gibt weil auf englisch finde ich hier gar nichts weil das heißt ja dann zum beispiel nicht bayern sondern bavaria oder göttingen heißt dann sicher auch nicht göttingen könnte ich mir vorstellen deswegen da muss ich mal schauen aber solche special gebäude gibt's halt und die werden sehr interessant gut was ich jetzt machen wollte ich habe jetzt diese beiden dinge angeguckt gottigen kriege ich nicht aber ich habe ja hier krieg genau armen waffenstillstand ich habe meine arme nicht ausgehoben hallo die sind nicht ausgehoben was redet der da wird auf meinem land gekämpft ok kann man machen eure armee will ich gar nicht übrigens kann ich den wieder loschen also die können gerne hier kämpfen solange es neutralermin sind ist mir das egal gut bis ich dem den krieg erklären kann waffenstillstand wie lange habe ich den der müsste mir hier drin genau bis wie lange uff ich wollte hier mal langsam wir wollen mal langsam fünf jahre muss ich warten bis dahin bin ich doch tot oh leute oh leute nee geld schaut gut aus das ist nice aber nee das ding ist das ist mir egal wenn ich hier jetzt krieg mach na der ist mir unterlegen bumm aber komplott bei hofen das ist das ganze dann breche ich den waffenstillstand und das heißt ich setze eine ganze menge ruhm ein ich verliere eine ruhm stufe und ich halte waffenstillstand gebrochen was die allgemeine meinung das war blöd von mir aber okay dann dann lassen wir den noch fünf jahre was lange ist das ist so viel zeit für ihn drucken auszuheben aber gut geht nicht war ich halt dumm weil ich halt unbedingt eine grafschaft wollte ich hätte gleich das ganze ding nehmen sollen mein radspitzel ist mit besorgniserregende neuigkeiten zugekommen wir wissen noch nicht wer ist das doch jemand schmiede ein komplott um eine person zu morden und zwar mein gast michael ok ok komplotte ok gut so ich bin in diesem krieg ich sehe halt keinen grund da jetzt meine truppen auszuheben und runter zu schicken und erst recht schicke ich die nicht nach da oben ich bitte dich also das ist halt dumm ne da das ist ewig weit weg ich müsste über über schiff was was auch wieder geld kostet will ich gar nicht also nein nicht der wurde gefangen genommen hallo er würde annehmen eine antwort auf alle lagen ihr wollt also euer wissen über die kriegskunst verbessern fragt graf landfried höflich als er sich mir nährt vielleicht kann ich euch ja helfen das schlachtfeld mit neuen augen zu sehen landfried ist bekannt für sein können in sachen allerlei vielfältige taktiken wenn es jemanden gibt der mit diesen sachen der mit dieser sache weiterhelfen kann so ist er es ja schon alt ok ich möchte lernen ich mein kriegsführer wert ist nicht schlecht ja versuchen wir mal der ist verstümmelt fett und verstümmelt und in eingefrorener trauer ok krass der ist auch nicht so stark der hat viele kriege kann ich das königreich ja das ist dumm also was ich machen könnte ja aber so ich könnte sagen na ich erkläre ihnen den krieg und erhalte den titel herzogtum von bayern aber der ist mir ebenbürtig weil der hat verbündete und die ist die denn ganz weit weg aber es ist dumm also es wäre halt sehr dumm weil ich müsste die leute ranholen will ich eigentlich gar nicht ich glaube ich warte wirklich diese fünf jahre der anspruch ist stark der wird der wird verehrt als fallen gelassener anspruch das ist aber in ordnung also wenn es ganz blöd läuft kann ein kid ein kind das machen wo wird hier gefightet da oben in island greift bayern an was machen die alle befreiungskrieg ist da unten das ist gar nicht so weit weg ok aber die verlieren den halt krass ich könnte mich einschalten dann würden wir das easy gewinnen aber will ich das das ist schon was wert aber da ist halt feindliche armee feindliche armee die gewinnt ist halt stark ich müsste quasi alleine hier kämpfen weil meine verbündeten sind hier so aufgerieben klagen fort herzog blandowildes herzogin die ist da unten die ist da unten kämpft in dem krieg boah was alles gekämpft wird aber ich brauche grad keine Kriege und nichts ich bin zufrieden wie es ist und mit bayern will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen weil der ehepartner sind da Gittern lol der prinz ludwig joa mit dem bin ich verlobt geil ist nicht schlecht hallo lol der ist da oben was macht der denn was ist das denn ferle was macht der denn da ach der will wahrscheinlich nach island stricken lol wird überfallen ottokar ja ist nicht mein problem ist nicht mein problem das auch nicht oder ist das mein problem nö ich bin ja hier unten passt so andere ansprüche die ich habe wäre eichstädt 100% erfolgreich aber es ist eine tyrannische anspruch erbitten ich hab doch anspruch ach das ist mein vervassal deswegen ja das war dumm eure bekanntschaft in berthlin äh berthlin ich wollte berlin sagen berthlin bündnis ausgelaufen ich bin nicht mehr mit ihm verbündet nope ja aber das macht kein bündnis der hat keine kinder der hat keine kinder der hat keine kinder warte mal warte mal mein bündnis mit graf gottsam von klingen wird auf der adelheid und berthlin dem sein kind ist gestorben aua verbündet er das feinde tritt krieg bei ja das können die machen das ist mir ziemlich egal aua aua dem sein kind ist gestorben mit elf an lungenentzündung uh aua ja schade weil der ist direkt hier oben ok habe ich denn noch kinder ich habe ich habe viele kinder schaut mal die ist nicht verlobt nicht verlobt nicht verlobt nicht verlobt ich sollte nicht verlob hallo wow ok pass mal auf ich sollte hier mal ein paar bündnisse schmügen ok ähm der hat gute gesundheit mögliches bündnis tao mach mal nach bündnis stärke bitte das schaut doch gut aus wo ist der da unten das ist ein bisschen weit weg aber der hat gerade keine kriege und nichts wie weit bräuchte der denn dahin oh das geht das wäre gar nicht so schlecht der hat als Haupterben den Ivan wenn ich den mache oh das würde der fast annehmen beinahe ich habe schon zu viele bündnisse ich habe schon zu viele bündnisse ich habe gerade mal zwei ähhhhh ok ja gut ist halt schade ja aber das mh hallo bündnismacht bitte was ist das denn jetzt das ist doch wieder was ganz anderes ok nochmal von vorne du bündnis das er würde annehmen das natürlich nicht das ist klar ja gut gucken wir mal vielleicht macht die nur Töchter schauen wir mal so du Adelheid du bist herrisch Relevanz wieso ist der wieso soll der relevant sein der hat nur Truppen kein Land Bürgerkrieg hä nein ne wo ist denn das 3000 Truppen das ist da oben da unten das ist ein bisschen wei ja geht aber geht das ist nicht ganz nah aber es geht gehen was hat denn der der hat einen Haupterben das ist auch ein Sohn ich erhalte Zeug ja Gönnung ist ok wo bin ich so Landina von Kempten die wartet noch und der Grundwert sowieso so die wird doch schon unterrichtet oder ja Vormund Dusna Hofarzt von mir na gut ok so Bertlin Verbündeter bum 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 wird überfallen Otto K alles egal Bündnis geschmiedet allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an eure Tochter Adelheit und mein Sohn Garcia verloben sie dankeschön so ist nicht beeinflusst aber ich probiere es weiter an den wohlmeinenden Stefan allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an danke Ivan ich finde Ivan ist ein sehr solider Name so was macht mein Rat der macht Kultur der macht Glauben der macht Ausbildung das ist wichtig das ist sehr wichtig und der macht Komplotte unterstützen ja ich mache bei heimischen Meinung der Vasallen äh Diplomatiewert von Ratskanzler Vasallmeinung Bande Krieg Teilnahme erzwungen und hier haben wir Waffenstillstand genau ich will den Waffenstillstand verkürzen das will ich und der ist gut komm please mach den Waffenstillstand kurz go 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 das wäre richtig richtig nice Getreideecke Ingolstadt gebaut Ingolstadt gehört mir müsste ja jetzt ordentlich Kohle bringen ne Ingolstadt 1 ja die Getreideecke macht 05 war das vorher 7,2 ist es 7,9 ist ok ist wirklich ok so dann können wir hier noch was bauen zum Beispiel grünes land ist schön oder Jagdreviere die geben Verteidigervorteil und Zeug bauen wir mal ein paar Jagdreviere Fraktion gegen König Ludwig geschaffen Graf von Linden neuer Lebenswandel ok bam bam warum das weil ich hier gut bin ich war vorher so dumm ne aber Domäenschwelle plus 2 hab ich halt und kann es grad nicht nutzen ist schlimm so äh wo wollte ich hingehen absolute Kontrolle die war nice aber mh das hat gar nichts gebracht Kriegsgrundkosten das ist günstig das ist gut aber ich hab kein Problem mit Kriegsgrundkosten also die die ne das ist super wenig 75 voll egal deswegen da brauche ich nicht sparen Schrecken das ist nicht schlecht weil Schrecken macht einfach nur positiven Scheiß Schrecken ist einfach nur gut Standhafter Anführer ist Kampfgeschick und reguliert Risiken bei Befehlshabenden von Armeen ok dann gehts weiter mit Hofmärchen Hof machen Liebesdinge Ritter Effektivität also da mach ich halt ne Anzahl Ritter und Friedenstifter ansonsten mehr Kontrolle Verteidiger Vorteil der kann stark sein Festungsstufe Schreckenszuwachs Unterhalt Söltner Anwerbekontrolle ich glaube ich geh hier ran Schrecken Kontrolle zuwachs das ist solide dass ich das mit ihm so spät gemacht habe ne der ist hier auf Verwaltung mein Steuereintreiber ja ok es ist nicht schlecht aber mh 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 er ist halt ein Verwaltungsnoob deswegen bringt das gar nix da wäre auf Diplomatie besser gewesen wenn ich ihn auf Diplomatie getrimmt hätte dann dann hätte ich hier mehr Prestige beispielsweise Fruchtbarkeit das ist nicht schlecht und dann kriegst du hier halt Gemeinde fingieren schneller äh Prestigestufenauswirkung plus 100% na Geschichte schreiben das ist auch nicht schlecht wahre Herrschaft Prestige pro Ritter das ist halt krass wenn du viele Ritter hast ich find's aber cool dass du nicht alles machen kannst du stirbst einfach du machst einen Baum und du musst gucken was brauchst du als nächstes wo willst du hingehen und das musst du auch immer wieder mal wechseln so stopp Eichstätt die haben das fast gewonnen und ich kann dem nicht helfen weil er nicht mehr baut das ist halt der Schwachsinn aber ist okay schau mal mal vielleicht kriegen die das ja noch hin ich will halt Eichstätt nicht verlieren aber der hat kaum Truppen ne der ist der ist tot der hat hier einen Verbündeten der macht aber nichts und der hat hier einen Verbündeten der macht aber auch nichts also der kommt jetzt hier aber das ist halt zu wenig und so kann man nur hoffen dass in vier Monaten Eichstätt nicht weg ist aber wahrscheinlich wird's weg sein der hat die meisten Schlachten gewonnen auch interessant ich würde dem so gern helfen aber es geht nicht wäre mal interessant zu wissen ob diese Verbündeten also ob diese Truppen Verbündete sind weil hier wird jetzt gekämpft aber das verlieren die halt hart also na 2 Ritter gegen 10 Schlacht von Eichstätt das ist halt durch so ich kann Wöhmen den Krieg erklären kostet aber ganz viel Frömmigkeit Religionskrieg um Grafschaft Pilzen der ist weit unterlegen der ist weit unterlegen ihre ist weit unterlegen als unsere der hat nur einen Verbündeten wir mehr weit mehr Pilzen für 80 Frömmigkeit die gesamte Grafschaft die gesamte Grafschaft aber da ist halt nichts was will ich damit die Volksmeinung ist ne ne Steiermark das kostet viel Graz uff das ist weit weg das kostet viel Prestige mhm auch nicht so geil also na es ist weit weg und ne der Herzog warte 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 ah das ist teuer für Württemberg sehr teuer also ich könnte es machen weil der kämpft ja hier ne dann könnte ich ihm helfen vielleicht mache ich das auch aber eher nicht und Nassau das ist da oben kostet auch viel Prestige ist schon belagert das ist ne gute Grafschaft tatsächlich aber ich will ich will nicht so verstückelt sein das ist später ganz doof deswegen schauen wir mal so wenn die tausend ah die kommen dazu perfekt ja dann gewinnen sie das easy Katharina wird erwachsen ich bin stolz darauf meine Tochter nicht nur als Kind sondern als Erwachsene zu sehen eine lange Zeit hatte ich gehofft dass es nur einen guten Mentor braucht um Katharina die Feinheiten der Diplomatie näher zu bringen doch alle unsere Benühungen sind im Sande verlaufen toll hä wirklich kann ich jetzt naja sie ist durch ist ok weniger am Hof dürften von ihrer Beherrschung der Etikette beeindruckt sein doch wenigstens weiß sie durchaus wie man sich in gehobenen Gesellschaft zu behalten hat der Beitrag von Herzabenden Landwiener zur Ausbildung von Katharina darf nicht unerwinn bleiben das ist meine Frau Gattin und Seelengefährte rückgratloser Eiferer geil ihr Unterricht hat wertvolles Überleben gewählt schnell doch flügge werden annehmbare Unterhalter naja guck mal das erhält sie jetzt und damit hat sie 13 das ist so Liebe sie ist verlobt mit Prinz Ludwig ähm der ist noch 14 der ist noch nicht alt genug aber wenn er alt ist der hat Anspruch auf Königreich von Bayern das ist halt heftig das ist der und der hat noch keine Kinder vielleicht oh das probiere ich vielleicht vielleicht boah also das wär halt krass wenn der wenn die heiraten ne sobald die heiraten den umzubringen könnte unglaublich heftig sein ich krieg zwar übelste Anspannung weil ich ehrlich und blablub bin aber ich kann ja dann irgendwie ne Jagd machen ein Festmahl und ne mal schauen Ritter wie sehen meine Ritter aus eigentlich hab ich ganz gute Ritter oder naja zwei gute Ritter das das ist durchschnittlich mein Ratsverwalter nicht ein Ritter darf ein Gast ist egal Neffe und Ritter ne Vasal aber der mag nicht ich bin mit ihm mit kein Problem das ist mein Bruder für mich und der auch nicht Ritter beträchtlich verbessert Graf Jacques Quest um zwei von sechs auf acht wow aber hey hey Ratsmarschall ja genau ok ok Eichstätt scheint diesen Krieg zu gewinnen ja cool jetzt haben wir hier ok easy nice bleibt meins beeinflussung es wird persönlich in unseren letzten Briefen brachte Priesterkönig Eugenius von der Pontifikat das Bedürfnis zur Sprache dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren könnten gerne natürlich könnte ich dafür sorgen dass die nächsten Briefe sich mehr um ein Thema drehen das ihm am Herzen liebt so er ist sehr gebildet und er ist ein weiser Mann gelehrter also er liebt Bücher über alles er ist geduldig ehrlich und fleißig wow was für ein Bombenpriester holy moly also ne das ist ein Bilderbuchpriester gebildet wie Sau geduldig ehrlich und fleißig das würde ich mir also wenn wenn ich wirklich irgendwo glauben würde Religion würde ich mir das von einem Oberhaupt wünschen so zu sein gebildet fleißig ehrlich und geduldig das ist wow Kriegsgeschütz nein Liste und Tränke spielen nein ein gutes Buch oh ja oh ja also wenn das ist wenn es das nicht ist dann weiß ich auch nicht so wir haben immer noch Frieden ja in seiner Antwort unterstützte der meinen kurzen Abstecher in persönlichere Themen jetzt muss ich nur noch vorgehen um etwas über die Gelehrsamkeiten zu wissen ok das ist schön so easy aber geht noch nicht ich muss warten rechtmäßiges einkerkern er dürfte mich einkerkern ok ungeil ok ich habe viele Bündnisse ich bin stark ich bin ziemlich mächtig so sobald die heiraten weil der ist der Erbe der hat zwar noch Kinder aber das sind alles Prinzessinnen bis auf ihre Zeit Prinz Ludwig ok ich bin gespannt wie das funktioniert wenn er erwachsen ist die heiraten und ich kann den dann umbringen was nicht gut ist wegen meiner Anspannung sage ich ehrlich aber es wäre halt krass das ganze Königreich zu bekommen vielleicht ein bisschen zu ambitioniert aber hey es wäre heftig aber ich glaube das ist zu ambitioniert also ne es wäre krass cool ich glaube nur nicht dass ich damit gut umgehen könnte vor allem ich hole mir das dann sterbe ich und dann wird es auf Kinder aufverteilt und dann habe ich einen riesen Flickenteppich das ist glaube ich nicht so cool aber ich möchte es mal zumindest als Idee im Hinterkopf behalten ich glaube das wäre schon schon ziemlich nice ok so ich bin bald schon wieder eine Stunde am aufnehmen krass 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 heftig heftig so ein junger Vermittler heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern Adelaides wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Drangelei so viel ging dazwischen und konnte den Streit beenden bevor jemand verletzt wurde unglaublich es ist unglaublich wichtig die Angst haben Druck die Ruhe zu bewahren sie wird ruhig das ist gut sie könnte tapfer werden sie könnte tapfer werden aber das gibt mir schon wieder Anspannung wegen warum einfach so tapfer ist stärker habe ich mit der irgendwas vor bei ruhig wird sie halt plus eins plus eins Pränkespiel ja das passt ja gewaltiger Bonus ach die ist krank nicht geplant ehhh das ist nicht so nice eine Antwort auf alle Larven Graf Landsch hat mir alles über den Bereich allerlei vielfältige Tappingen beigebracht meine letzte Prüfung ist eine Übungsschlacht gegen ihn bei der ich zeigen werde was ich gelernt habe oh cool Sieg ich beweise was ich gelernt habe Niederlage ich habe noch nicht genug gelernt Anspannung länger hä ich kann hier sagen ähm ich muss das nicht lernen ich halte Anspannung er ist nicht mein Mentor und ich verliert Meinung und hat das Lernen aufgegeben ja dann go ihr habt die Eigenschaft flexible Anführer erhalten er reitet zu mir heran beeindruckend ruft er der Feind ist ein Ehrfrucht ob der Effektivität meiner Truppe nach Start es besteht kein Zweifel daran dass ich verstanden habe was im Bereich flexible Anführer wichtig ist ich habe so viel gel- ach jetzt wollte ich gucken was das bringt egal super nice gegnerisches Offensivvorteil das ist gut ich bin nicht der super Kriegstyp aber ich bin schon ganz gut passt passt ich hoffe ich erlebe noch die 5 Jahre dass ich daran angreifen kann aber äh die gibt mir Lösegeld hallo geil wo auch immer die her ist dankeschön 50 Gold nehme ich gern ich werde das Gold jetzt mal sparen ich werde jetzt nicht sofort wieder hier bauen 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 äh ein gutes Geschäft nice ähm habe ich vor weil ich meine ich könnte Fürstengebäude errichten wollen aber mir fehlt halt noch Bursus deswegen äh also die sind aber stark das sind so mega mega Gebäude ne Unterhalt Jagdzeug Steuerteile alle Besitzungssteuern plus 10% und so Königliche Reservate Königliche Reservate ist auch mächtig Entwicklungshuers Volksmeinung ist schon cool Schauen wir mal aktuell gibt es keine Kriege kein gar nichts alles ruhig das läuft der macht der macht der macht der macht 23 Jahre in Grüningen naja gut das ist Schwäbisch und Katharätum Bäh ist mein Bruder aber der ist doch katholisch und bayerisch der soll doch mal hm der soll doch da mal äh hier aufgebracht über Bekehrung ja gut das ist jetzt nicht so toll für ihn ne 23 Jahre ja du bist doch schon 43 das kann nicht aufgehen also ich hätte gerne aber bei aller Liebe Autsch dann hol ich mir lieber Nördlingen oder so da ist eh Bollwärter und Schutzmauern die ist klein er würde annehmen wenn ich die Fremdlichkeit hätte die ich nicht habe aber die hat nichts die hat keine Truppen die hat anspuchen ah ich habe zu viele Bündnisse ok Ja, dann würde sie, klar, will ich aber nicht. Als es halt ein Windnis geben würde. Ich bräuchte mal wieder einen großen Krieg oder so. Für Geld und Ruhm und Ehre und alles. Weil das jetzt, klar, ich könnte mir Nerdling eine holen, aber wofür? Ja, aber trotzdem, also es ist halt besser. Also das dauert mir zu lang, 23 Jahre, hei, danke. So, das würde dauern 14 Monate. Dann könnte Nerdling in mir, easen. Na, das wäre nicht schlecht. Burgau campen, das bräuchte ich jetzt alles nicht. Da habe ich bereits überall Zeugs. Oder ich mache halt das hier, kriege mir Fremdigkeit, Bildungswert. Meinung von katholischen, demokratischen Herrschern. Ne, fingier mal, fingier mir mal Nerdlingen. Warte. Warte, Nerdlingen. Ah, okay. Mit dem könnte ich Stress machen, das mache ich. Das ist besser. Das ist einfach besser. Mein Sohn und Erbe, Gundbert, ist ein ungewöhnlich ruhiges Kind. Wenn die anderen ihre wilden Spiele spielen, zieht sich Gundbert oft in seine stille Ecke zurück. Er redet nicht viel, doch man spürt, dass er ständig über etwas nachdenkt. Nachdenklich. Hey, Gundbert, nice. Nicht schlecht. Und was für einen Krieg kämpft man wie. Gegen Herzog Günther. Der eingekerkert ist. Aha. Okay, cool. Nice, kann man machen. Gräfin wird überfallen. Warte, das ist meins. Spinnt ihr? Also, hallo? Fünf Tage. Was soll denn der Schwachsinn? Ihr lasst doch nicht hier mein Reich überfallen. Hallo? Über aller Liebe mich. Den Wert von 31, das ist so, sieht man. Schaffst du das noch rechtzeitig oder nicht? Ja, hallo? Easy. 10 gegen 10. Ich hab immer noch Fuß zwölf. Der hat einen hohen Wert hier, ne? 13 gegen 31. Flachtwurf, Kriegsführung, 13. Ich hab 21. Bergverteidigung hat der, okay. Sechs Champions, ich hab sieben Ritter. Aber ich hab viel mehr Trücken. Ja, das ist easy. Wird gekontert von Bogenkämpfer. Nice. 7 zu 3, 9 zu 9. Ich hab jemanden verstümmelt. Unser Graf konnte jemanden erschlagen. Auch sehr nice. Wer war das? Verbunden. Schaffst du das noch oder? So, jetzt wird gar nichts mehr gewürfelt, oder? 1, 8, 2, 4. Ich würfel echt bescheiden. Mindest 0, höchst 10. Hüpft er jetzt endlich auf? Ich konnte wieder jemanden verstümmeln. Ich hab's gewonnen. So. Ich hab's gewonnen. Aber von wem? Das täte mich mal interessieren. Von wem? Wird die überfallen. Gräfin. Blabliblub. Sie überfällt jemand. Ja gut, gut, gut. Aber sie wird überfallen. Ach, von ihr. Okay. Kann ich da hin und Stress machen? Bin ich jetzt mit dem im Krieg? Nö. Die überfällt was. Die hab ich jetzt vernichtet. Kann ich da hoch und Stress machen? Das würd ich vielleicht tatsächlich mal kurz probieren. Dauert über einen Monat. Uff. Na gut. Also den Angriff haben wir zurückgeschlagen. Das passt. Ziehen sich zurück. Ich würd das echt gern probieren zu sehen was passiert wenn wir da hochgehen. Kriegsführung um eins erhöht. Oh, das ist gut. So, Sieg gewonnen. Wird überfallen. Noch ein Überfall. Wer wird denn überfallen? Ja, das ist ja ewig weit. Ne. Wird überfallen von Häuptlingen. Aber wer? Wir oder wie? Also, das hab ich noch nicht ganz verstanden. Die überfällt. Das reicht. Ist ja gut, aber okay, keine Ahnung. Bei aller Liebe und ich seh bei mir keine Gegner. Außerdem. Deswegen ist es da ziemlich egal. Test mal. Könnte ich machen. Brauch ich gerade aber nicht. Ich könnte mir Marburg holen. Ist aber sehr teuer. Nassau war auch nicht so toll. Schwaben. Württemberg ist auch sehr teuer. Hadamar. Dann gibt's denn das nochmal. Graz. Mäh. Und das da ist halt so ein Religionskrieg, wo ich dann ewig weit... Ja, Pilsen. Okay, aber Pilsen ist halt gar nichts wert. Sorry. Das ist... Ich seh nicht inwiefern, dass es mir irgendwie profitieren soll. Mein Druckmittel gegen König Karloman ist der Fall. Das find ich auch schade, dass die Druckmittel nicht angezeigt werden, wann die verfallen. Das sind alles meine Kinder, oder? Hier, Graf, Chakres. Das ist ein Ritter. Höfling. Höfling. Schauen wir mal. Das wird belagert. Ja, das war auch mein Gedanke. Einmal ordentlich schön reinbelagern und Stress machen. Ja, da gibt's gleich wieder ne Schlacht. Die haben höhere Grüntür, verteidigungsbedeure und Hügelverteidung. Ja, das ist easy. Misch ich mich da jetzt mit ein. Krass, tu ich. Huldigung, mein Vassal, Bürgermeister Engelbert, ist mit einem großen Tross gut gekleiderter Diplomaten, Ritter und exotischen Gauklern vor mein Thorn aufgetaucht. Der Zug ähnelt einer Parade, die von Engelbert selbst auch nie geführt wird. Lautherz verkündet Engelbert, dass er hier ist, um mir zu huldigen und dass er als Geschenk Gold dabei hat. So viel Grüßzügigkeit findet man bei seinen Untertäumen selten. Die Treue von Engelbert muss man wahrlich zu schätzen winsten. Okay, also er gibt mir Geld, Meinung, er mag mich, das ist gut. Äh, ich halte Prestige, hab ich schon. Diplomatie, Lebenswandel, okay, bin aber gerade im Ritter-Modus. Meinung, Prestige und Gold. Hey, danke, Engelbert, coole Sache, das Gold kann ich gut brauchen. Ich hab's doch gesagt, ich will's behalten, für irgendwie, um nicht sofort Bums zu bauen, kann ich eh nichts. Ich kann hier gerade eh nichts bauen. Ähm, München werden gerade die Äcker gebaut. Sie, Getreideäcker, 2,8. So, dann könnten wir hier vielleicht noch Welle bauen. oder grünendes Land, bin ich immer gut. Grünendes Land ist so gut. Grünendes Land ist halt wirklich gut. Was gehört denn hier noch? München, Ingolstadt. In Ingolstadt baue ich auch schon. Jagdhütten in Ingolstadt gebaut. Easy. Gut, ziehen wir uns zurück. Und dann, schauen wir mal, ob er es nochmal wagt, irgendwo anzugreifen. Ähm, Baronie Hohenburg. Das gehört doch mir. Wird belagert von Andreas. Hallo? Was für ein Bauernaufstand, was hatten wir da für Probleme? Warum? Kontrolle ist ein bisschen rund. Ja, hallo? Hä? Also, bei allerlieben Leute, kriegt's mal euren Kram in dem Gerät. Wieso, wo ist denn hier Kontrolle? Hohenburg habe ich doch. Passt noch. München ist low. München ist low. Aber das wird schon. Das wird schon irgendwann. So. Lensherr wird angegriffen. Das ist der Bauernaufstand. Da wird noch überfallen. Geh weg. Ich sag's nicht, geh weg. Herzogtum verliert. Die Gräfin greift da an. Ist nicht mein Verbündeter. Ist nicht mein Verbündeter. Gefällt mir nicht. Was wollen die denn in Passau? Krieg um Anspruch von Sonno. Herzogtum auf Bayern. Passau. Überfall. Überfall. Der will das Herzogtum von Bayern. Öh. Ähm. Ja, Ripp. Das will ich haben. Scheiße. Ich muss halt noch warten. So, und mein Lensherr wird jetzt auch wieder angegriffen. Hier. Wo ist denn der? Der hat gar nichts. Volksaufstand. Volksaufstand gibt mir kein Geld, glaube ich. Das ist... Ich mein... Really? Der hat Lippe. Pff, nä. Kann mir egal sein. So, den Bauernaufstand knüppel ich nieder. Aber das hier ist doof. Tschüss, Bauernaufstand. Ja, manchmal muss man Härte zeigen, ne? So, tschüss, Bauern. Leute, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Dass die jetzt hier das Herzogtum von Bayern bekommt. Das nehme ich denen wieder weg. Hallo? Sieg. Tschüss. Tschüss, Bauernaufstand. Ich habe da so lange dran gearbeitet. Die Frage ist, helfe ich da jetzt oder nicht? Bündnis ungültig. König Benedetto. Aber der war aber stark, ne? Ja, geht so. Mann! Das ist so doof. Also ich kann da gerade nichts machen. Deswegen zurückziehen und Armee auflösen. Ich hoffe nur, dass mein Anspruch nicht verfliegt. Wenn die das jetzt nehmen, weil ich habe den Anspruch. Da bin ich sehr gespannt, wie das abgeht. Rudigard. Wie fehlt es aber von ihm? Der Konter belagert. Der ist beeinflusst. Okay, der hat jetzt 100% von mir. Das heißt, ich muss ihn nicht länger beeinflussen. Passt. Was kann ich denn jetzt mit dir machen? Also er mag mich. Er mag mich wirklich sehr. Das ist gut. Was hilft mir das? Kann ich? Passau. Es ist halt dumm. Ach, nö. Ja, das ist halt nee. Nee. Da hätte ich Passau. Das ist halt dumm, mein Lebensjahr anzuknickseln. Aber warum? Weil die Gräfin selber darf da das Herzogtum andinseln, oder wie? Das ist so bleh. Er würde annehmen, wenn ich Frömmigkeit hätte. Ist halt die Frage, lasse ich es jetzt? Ich habe den Anspruch. Ist der dann weg? Ah, da habe ich einen Grund, wenn Titel in der Versal, okay. Ja, strange. Also, weiß ja nicht. Das hier, das Passau, Bayern, bleh? Bekanntschaft, gut, drohen, ist in Kärbel gestorben. zu viele Bündnisse. Ich bin sehr gespannt, was da alles passiert. jetzt schon 40%. Die Freundschaft von Graf Gerold. Ich hätte nie erwartet, dass ich Graf Gerold so nahe komme wie in den letzten Jahren. Wer ist das? Wer ist das? Bischof vielleicht? gottfried von stein hat kultur fördern beendet gute arbeit bayerisch sehr schön gottfried wo wirst du hier so das war das aber die zeit gut der ist fertig dann können wir jetzt noch gebäudezeit besitzung bauzeit entwicklungszuwachs könnte man überall machen langsamer baum einung verloren schwindende kontrolle macht einfach mal gold das passt wollte es gut genau der ist jetzt 16 geworden ich erkenne kaum wieder mit der kappe das wollte ich halt sehen weil er ist der erbe und was passiert wenn er übernimmt da muss ich jetzt noch aufpassen weil ihn umzubringen bringt mir gerade gar nichts und das wäre auch doof ich meine ich könnte es weil es ist mein lebensherr und das ist super super easy aber davon habe ich gerade nichts deswegen sehe ich mich ein religionskrieg ist egal isländisch albische unterwerfung unten ist ein fitzelchen das ist wie dieses island ding ist immer noch wie das island ding okay okay ja fest mal jagt jagt ist aber ich habe prestige und ich brauche keine anspannung und nichts das passt so weit den arzt habe ich glaube ich auch ritter passt auch ich könnte nochmal nochmal zeugs machen hier das wäre schon als onara zum beispiel wäre richtig nice ich hätte gerne ein paar onara einfach dass ich mal wenn ich belagere auch auch schneller ranklotzen kann das wäre sicher nicht schlecht und er verliert jetzt wirklich regensburg oder was das kann doch nicht dein ernst sein ich bin mit der verbündet es werde hier auch noch wass äh nä wass also alter ich bin mit dem verbündet wir sind verbündet ja cool wie ach so wix dem bums hier klar ja natürlich ein vernünftiger gierschleunde an den gütigen stefan ich habe so alte als auch genau so dass wir gehen jetzt und dann kann ich jedoch hoffentlich nein kann ich nicht meine fresse ich habe so viele ansprüche es war schon wieder dumm warte mal aber das gehört doch schwaben ich kotze so ab ludwig sohn und erbe von meinem lebens hat jemand ein übriger besitzt meine tochter soll eine außerewegliche affäre haben und mein bischof ist das objekt aber das ist nicht gut das ist jetzt nicht so nice der skandal meine tochter katharina dass ihr ein kind erwartet dachten wir mal ludwig aber es ist nur dort wird ernsthaft mein bischof alter ernsthaft da wollt ihr mich ver- hallo das ist halt schlecht auf so vielen ebenen ich habe das immer noch nicht gecheckt mit dem quatsch grauen wenn ich jetzt krieg erklären mache ist es irgendwie könig ludwig den krieg erklären weil ich das ist so dumm margarete die ist wirklich oder leichtsinnig schlau fähiger tagzimmer und leichtsinnig gefühl ich wollte mir nördlingen holen hätte ich nice gefunden kriege ich nicht er hat ein haupt erbe erbe also das mit den ansprüchen fingieren ist so eine sache ich check's nicht ich check's nicht weil weil das gehört zum herzogtum und das herzogtum ist ja gut das teil von bayern hast franken also ich habe wirklich viel geld für dumm scheißwerk das muss ich besser machen irgendwie der beger ist verstorben das ist nicht so schön der ehepartner war auch doch hat die wenigstens kinder nicht landlos der zehn ansprüche der neffe reichstädt ja das ist ja egal da oben überfallen zu werden nur bei mir darf nichts passieren auf unserem territorium das ist nicht mein territorium weg oh das ist was neues campen dynastie vermächtnisse alle mitglieder der campen dynastie erhalten den nutzen dieser vermächtnisse als oberheit kann ich die bekanntheit ansetzen und vermächtnisse freizuschalten ok haus von kriegern ritter effektivität bei 100 prozent kämpfen wie normal doch bei 200 kämpfen sie als ob gekämpft doppelt so ok und mehr kampfgeschick kriegsgrundkosten lebenswandel erfahrung vorteil ok gesetz volksmeinung so 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 verschlagenheit ne das passt gar nicht blut blut ist stark blut scheint stark zu sein blut scheint richtig stark blut blut gefällt mir sehr gut bisher blut oder kriegskunst fremmigkeit bildungslebenswandel kleros bürokraten mehr heiratsannahme ist auch sehr stark zippe fruchtbarkeit ok erhöht die werte mit dem alter ok also blut ist klar ritter ist aber blut hallo blut ist ja blaues blut geil 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 vorzüge heimteil vorteil oder mehr kontrolle in gemeinden gemeinde ist wichtig mein ritter ist auch nur so und würdige bauern gut weißt du so viel erhält arrogant egal ist tot das ist ein bisschen anspannung der verliert halt der hat auch keine verbündeten und nichts der wird überfallen überfallen und verliert also dass das nervt mich dass ich das mit den grafschaften nicht hinkriegt mit dem fingieren das ist so das bringt mir gar nichts mehr also fingieren anspruch auf herzer anspruch fingieren grafschaft baut sich auf genau eine grafschaft wissensausausch graf truttgart von blankenburg erst da oben kam zu mir mit der behauptung er habe herausgefunden er bot mir an mir alles zu erzählen was er weiß einschließlich aller namen beweise im tausch gegen eingefallen den er später eingelöst hat was denn er habe herausgefunden mit was mit wem wie 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 ist es ich will nicht nee also mir sagt das spiel gerade nicht was er herausgefunden hat wie und wo deswegen ist mir das voll egal übelster volksaufstand hier oben gibt euch mal also fürs bist du herzogtum thüringen bis es steht halt nur aus thüringen und hier ist übelster quatschkram heftig heftig wir haben das gleich ne da ist gleich ende schafft er nicht der ist tot du musst dir mal vorstellen klein passau kriegt jetzt krieg um den anspruch auf das herzogtum bayern befehlshaber befördert mein ratsmarschalf grad von linfried hat mir stolz einen neuen rekruten präsentiert er mag nicht von eben geblüht sein aber er kann angeblich was oh das ist ein guter ritter ist jetzt da notar oh ja oh ja er ist reizbar okay jungjäger das ist stark das ist sehr stark waldkämpfer auch sehr nice sehr soldat dankeschön gut gemacht ich finde es schade aktuell es läuft jetzt so gut aber ich bin alt es fängt halt an richtig gut zu laufen mit dem reich und blub und dann werde ich alt das ist so bedauerlich ich wollte mal an meinem hof gucken ob ich da noch leute habe ich rekrutieren kann geht er macht befehls aber der macht keinen sinn und im gefängnis was kann der denn nix diplomatisung bisschen was kann die nix steht nicht gut zu mir dann bleibt sie drin den haben wir schon gemacht na ja alibert der ist ganz schlecht wahnsinnigen die lasse ich schönen knast die ist krank ripp leute ist halt so wenn keiner für euch zahlt habt ihr pech gehabt schwester maria verstorben noch mehr anspannung okay das wäre doch jetzt der perfekte moment ein bisschen geld auszugeben um ein bisschen anspannung oder fest mal 30 meinung meinung hier gibt es vielleicht prestige brauchen müssen weniger anspannung sind zwar mit fühlen aber so wie hat das ganz nah ist wie ich verreckt jetzt auf der jagd ihr habt ein druckmittel erhalten ja tschüss was kann ich denn mit dem machen ich könnten wieder ein kärkern entlassen als hochschirr jagd ein moment unter vier augen mein fürs da vorne ist beute meine gemahlin herzung landina winkt mich heran damit ich gemeinsam mit ihr die verfolgung aufnehmen wau alter mädchen heavy die will voll jahren und dieses buckelig ne sie ist ein bastard ein flaggeland auch noch aber ein diplomatischer flaggeland und sie ist ein genie schade dass ich mit genie kein machtkind gezeugt habe sondern bloß so geht schon geht schon naja sobald den dicken versteckt sind dreht sie sich zu mir um und zieht mir mein obergewand über den kopf endlich sind wir alleine mein augenstern diplomatierung gesundheitlicher bonus konzentriert aufmerksamkeit meine verwaltung ist shit das weiß ich mein kampfgeschick brauche ich nicht und so kriege ich einen gesundheitsbonus der gewaltig ist das heißt ich lebe wahrscheinlich länger diplomatie nummer plus 1 ja hallöchen das heftigen weideland gras hier im wald machen die können jetzt heiraten wir können nach hause zurück bing dankeschön so das gehört jetzt so und jetzt hole ich mir dieses herzogtum das wird jetzt meins okay ich habe jetzt aus so easy und dann gehört alles mir ich hole mir jetzt alles was hat denn der für drucken nichts der ist am hintern ist der so egal bündnis ungültig jahre hemming und das ist schade vielleicht an der hat nur 100 das ist ja gar nichts warte 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 wird keine titel ist landlos der hatte titel den 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 haupt erbe ist er hier aber er kriegt nur zwei was ist mit dem 300 h 4 und okay das ging in die brüche okay ich habe immer noch zu viele bündnisse angeblich ja auch ich habe drei stück ich bin halt mit dem könig verbündet das ist halt heftig okay so ich war irgendwo beschäftigt hier unten mit ritterlichkeit verbessert das ist sehr schön so und jetzt machen wir hier fetten quatschkram ich würde gern halbieren gleich große armeen bämm ähm nein kann ich die selber halbieren also ich habe halt zehn ohne aber es ist halt es ist halt ok dann bleibt halt noch stehen so kurzes umorganisieren ok die erste armee von augsburg hat bogenschützen warte 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 auswählen what the freak leute okay ich kann das nicht teilen das heißt eine hat und der anderen nicht okay okay die unerbar mehr enthoch die andere armee dahin gut mögliche schlacht damit gegen 200 truppen ist es egal es ist halt wirklich egal da sind vier ritter dabei der hat auch vier ritter aber das hat der super befehlshaber mit ganz ordentlichen rittern ripp halt dumm von ihr plus 26 wird zu plus 34 keine fünf tage die gefangene genommen 50 gold gönnung 50 gold gönnung das ist richtig gut die brauche ich gar nicht rufen die ist gefangen lieber herr graf du hast meine nichte im knast könntest du vielleicht erwähnt ach nein das ist der gefängniswärter ich kann das einfach so machen ich kann ihn nur ermorden die ist meine nichte ich kann ihn krieg so aber was kann ich denn gegen das ein kertern machen herrscher können andere charaktere gefangen halten ja laufen schlacht gefahr boom fest nehmen lassen tyrannisch gefangene ausgelieferten gefoltert löse geld oder ganz ohne bedingung reggelassen werden männer ziehen die nicht an schade titel vergeben aber kennen kann da nichts machen die sind gefangen der ist verschreckt durch meinen schrecklichen ruhe ok passt auf die ist gefangen ich komme nicht mehr auf diesen screen da war da war das mit dem schwarzen pferd ist so noch ich will die frei haben geht aber nicht ich kann in den krieg rufen ja glückwunsch menschen haupt erbe eingekerkert durch graf landfried lol mega seltsam ich meine ich habe ein paar gefangene klar das meine ich kann die nicht frei kaufen mega strange seltsam 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 so kriege verbündete in münchen ja die wird doch besser oder 39 fränkisch kultur ändern in eichstädt ist es auch sehr schlecht warum überbekehrung größere autonomie vermutet okay muss man mal gucken aber der mag mich doch volle kanne bringen wir den scheiß ein gutes geschäft dankeschön ein gutes geschäft dankeschön wie lange soll dieser schwachsinn jetzt dauern drei jahre sechs jahre gemeinde bekehren das hat halt 23 jahre gedauert oder das waren steht da irgendwie wie lange das dauert ja nee lass gut sein ist okay lass gut sein der macht schön geld jetzt fast 1 das starb volksmeinung mag mich nicht eifer 100 katholizismus ist feindselig das ist größere autonomie wieso ist er autonom wer ist ja nicht autonom ich bin nicht der rechtsmäßige lehnsherr von grüningen ja das kann sein dass der eigene lehnsherr von schwaben hält ja dann hole ich mir das halt irgendwann leute ne also was denn die schwaben cool das hier läuft würde ich sagen das spiel ist so geil läuft also ich könnte jetzt tatsächlich was ich machen könnte und was ich machen sollte ist folgendes die lagerer stationieren und dann gehen wir hier hin und hier das gleiche ich könnte zwar die festung stürmen aber verursacht eine menge verluste die erstürmung bringt 23 verluste jeden tag das ist halt was ist das hier für ein eigenes belagerungs eigenes bresche kleine bresche kann nicht geteilt werden so da habe ich jetzt keine ritter mehr aber das muss gerade auch nicht sein was ist das ding wert 17 17 20 20 aber auf die drei gold kommt jetzt auch nicht an rivalen überlebt als mein kerkermeister mir die frohe kunde überbrachte konnte ich jetzt kaum glauben meine bekanntschaft aber leider ist in meinem kerker verstorben ich kann es kaum fassen dass ich endlich in einer welt ohne diesen mistkäfer leben darf und das ist am ende allein mein verdienst hat dass ich so glücklich dass ich tanze wieso war ich denn so ein rivale aha geil ja cool ist das auch mal rivale aber leider geschwister lehnsherr wusste ich gar nicht dass ich ein rivalen habe aber cool danke nice so krieger erklärt verbündete rufen ist egal dass die im knast sitzt das ist halt lustig ja aber die bräunig rufen und das schlimme ist halt ihr sitzt im gefängnis von meinem typen so die nichte aber so wie wir sein mögen mich alle ist richtig neues neue kulturepoche eure kultur ist in eine neue epoche eingetreten neue innovationen sind verfügbar soll ich mache immer noch statt okay ich könnte jetzt etwas neues machen zum beispiel burs das finde ich ganz gut haustruppen kriegerfolg regimenten gutsherrschaft gebäudebauzeit erbherrschaft das war doch das was ich brauche ne ich brauche königliches vorrecht warte hier wollte ich erbherrschaft machen ich wollte heraldic aber das gibt es erst später prestige erbteilung erbteilung ist halt gaben zugleichen teilen erberechtigtes kind meinung spieler erbe meinung bei der erbteilung werden eure titel gleichmäßig aufgeteilt im nachfolgefall werden sämtliche titel unter dessen erbberechtigten die kindern aufgeteilt den haupttitel den reichsitz und alle de jour titel ja ist nicht schlecht aber was bringt das königliches vorrecht hohe lehns autorität absolut das ist nicht schlecht münzprägung prägerecht frei was salenbande prägerecht was salenbande prägerecht wäre natürlich cool zu wissen was das macht steht hier jetzt aber nicht ok also ich sehe hier nirgends prägerecht also ich mache jetzt mal burs ja ok jetzt sind wir im frühmittelalter leider gefangene genommen ist ja was wert der ist null jahre alt ich habe einen säugling gefangen genommen leute seid ihr denn wahnsinnig fraktion geschaffen ich kann doch kein kleines kind hallo den haus arrest ja und von von wem ist das eltern und der wilde nicht freikaufen leute lol ok ich meine das ist sein kind der müsste mal vorstellen die haben gerade ein kind bekommen bumm ich nimm's gefangen holy ist das boah ist das fies krass man so könnte es könnte es jetzt mir die lagerung gewonnen regensburg hört mir weiter geht's strategische sackgasse ich sitze mit graf landfried und graf engelbert am kartentisch und bespreche das mein bruder und das ist mein super ritter der ist so geil der ist so gut landfried schlägt mit der faust auf den tisch das engelbert ja so der will dass wir einen direkten sturmangriff durchführen ich erhalte verbesserten angriff der bekommt meinung der hat schon 100 meinung von mir verbesserte verteidigung verbesserte angriff der erhält verbesserte angriff angreifer vorteil die können das beide machen dann erhalte ich aber nichts ja der graf landfried hat die richtige idee der macht es passt schon so das gab geld sehr schön 29 ist nicht schlecht belagerung gewonnen und einen gefangenen gemacht wie wäre es denn wenn wir hier einen befehlshaber hinballern so wenigstens irgendwen haben der befehl und ich befehle die bummsarmee da unten seid ihr des todes man irgendetwas ich bin ja safe das passt schon und den will er auch nicht frei dingseln oder wie ich bin immer noch im rad das ist so nice im kerker den hausarrest ja ok es ist nicht im kerker das wird schon mit wer ist das verlobt mit einem höfling als eltern hat er den da es war mal dessen ich bin schon bei 100 prozent ne komm obwohl das hole ich mir noch schnell obwohl warte mal ich kann ja ich kämpfe gegen den da ja wenn ich den jetzt alles wegnehmen ist nicht so gut ich nehme jetzt das ding noch weg hier oben und dann lassen wir es gut sein dann gehört mir dieses herzhaftum von bayern da habe ich herzhaftum von augsburg und von bayern seid gegrüßt mein lebensherr möge euch weisheit stets fremd bleiben ihr seid ein viel größerer feind der gedacht hätte er wird meinen forderungen nachgehen ich erhalte das herzhaftum von bayern muah 100 ruhm das ist das ist prestig das ist ruhm ähm herzog sonno wird ein vasall eure verbündeten haben blablub das wird was soll 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 so sei es so auflösen 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 warum können wir immer noch nur drei domäne das ist doch doof rast für die müden wir sind schweißgebadet müde und hungrig als ein langer trainingstag mit den truppen endet als wir uns nach einem lagerplatz umschauen sehen wir am horizont eine alte verlassene burg warmlöchert sag ich dort werden wir heute noch unser lager aufschlagen die sonne geht unter und mit jedem schritt den wir näher kommen wird die ruine unheilvoller okay blablabla mh verbesserte truppen oder ich gib die schätze hermann in der burg ist es dunkel klamm und trostlos und alle sprungen von lebens sind uns verschont die schauferrotter will treppen hinauf und der blick etwas das überriss der edler wandteppiche und alter gemildert sein könnte die wendeltreppe hinunter sehe ich nur dunkelheit okay wir erhalten viel geld oder wenig geld oder ich verliere ich bekomme tapfer wahrscheinlich in der schlacht zu sterben uff ja ich will jetzt eigentlich lieber das geld haben weil es gibt geld okay kleines geld kinkerlitz und tan Fraktion gegen euch erschaffen der da wo hockt der ja viel spaß dabei Glückwunsch so ich würde gerne den leuten irgendwie titel aberkennen und so aber das ist halt Tyrannei und well mir gehört hier nichts gar nichts da ist ein kleines kind klar ich könnte einen anspruch verbitten würde ich mich annehmen also das mit dem grafschal ich meine ich habe nur drei domänen ich könnte sechs stück haben und die würden mir halt viel mehr geld geben oh das ist eine menge geld will ich das ja gib geld komm so jetzt muss ich mal gucken ob ich den rad umstrukturieren kann habe ich jemanden der besser ist nein habe ich jemanden der besser ist oh ja graf sunno okay go der ist besser der ist weit besser okay dann graf landfried der wird es wahrscheinlich ne der wird nicht weg und sophia die ist so gut okay mächtiger wassal verlangt ratsposten wer ist das everhard von baden katzerei kathara in steiermark sie wollen zum katharischen glauben ja viel spaß ja das ist doch der da hinten warte baden gehört mir kann ich ihm den titel wegnehmen schon wieder tyrannei ja da pech gehabt man ich möchte titel haben ich könnte ihm helfen gegen einen aufstand ist das klug nein oh nein johann konvertierte kriegsziel ich hätte so gerne aber jetzt ist das das herzogtum von augsburg das ist schon krass kann ich das ändern kann ich ich kann halt das ding nicht ändern ja ne ok meine frisse rotenburg ja der mag mich zwar nicht aber leute das gehört halt jetzt mir was was habt ihr für ein problem pech gehabt ich hätte trotzdem nach wie vor gerne ich hätte trotzdem nach wie vor gerne oh wow der ist da oben unterwegs das ist ja ganz schlecht das ist ja ganz schlecht ja komm her komm greif mich an der hat mir hier was weggenommen und jetzt rennt er mir mit mir in die arme oder was der hat eine höhere Güte ne kann nicht sein hallo ich hab doch da tausendmal bessere Güte als er ich hab sieben Ritter nur nur vier hallo ich hab doch da tausendmal bessere Güte als er hat er los kämpft also aller Liebe die fehlste aber verwundet ja rippt also der wird halt verwundt nicht easy Fraktion gegen euch geschaffen pass auf also so langsam wird es ein bisschen eng hier mit den ganzen fraktionen ihr habt graf wert ab lol jetzt ist es meine beute das ist ja lustig ja verzupf dich tschüss ist die frage kann ich jetzt darüber gehen und stress mache oder nicht das ist jetzt die große große frage so was bauen wir in augsburg das kann ich leider alles noch nicht bauen aber ich könnte hier ein paar felder verbessern das wäre doch was in ingolstadt könnte ich noch ein grünes land bauen ist auch nice und in münchen jagdreviere wieso nicht so und dann habe ich doch noch irgendwo was oder ich habe doch drei dinge ne ich habe nur drei das ist so dumm münchen herzogtum herzogtum meinung erhöhen das klingt doch nach einer guten danke das ist ein sehr guter tipp schauen wir mal meinung erhöhen kann ich nicht ein königreich oder so machen gut linie stärken königreich gründen geht nicht bin ich illustrer ich halte drei oder mehr herzogtum ja das habe ich bin kein unabhängiger herrscher das müsste ich noch machen und ich müsste illustrer sein was ich noch nicht bin aber ich will ja kein eigenes königreich wieder kündigreich von bayern übernehmen der würde annehmen wenn ich fromm genug bin wäre ich fromm genug könnte ich mir das holen dann wäre ich könig aber das wäre zu groß das haben wir schon gehabt die ist alt so ach wir kämpfen die noch mal tod ja gönn dir komplette zerberstung okay nice 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 gemeindenkontrolle die ist bei 66 die steigt doch aber oder monatlicher zuwachs 1,6 easy so katholizismus katholizismus fränkisch fränkisch ist ein bisschen toll ratspitzel entdeckt geheimnis eine affäre die entfuhrt von graf landfried das reich verliert land wenn der vasall stirbt aha haupt erbe ist der da okay ja gut chance auf kinder niedrig zeugungsunfähig das ist schlecht das ist schlecht man ist aus dem haus kempden auf jeden fall sollte ich die verheiraten das ich meine die chance ist niedrig aber mach mal besuchen wir mal ich könnte kriege erklären okay das muss ich im auge behalten was ich auch noch im auge behalten wollte ist das aber der der mein wasser der liegt ja noch bei meinen lehns her ja okay was wollte ich jetzt gucken soll ich hab die armée zerschlagen kann hier aber nicht angreifen weil ich kann dem kein krieger klären gehen wir jetzt nach hause die ratspitze wollte ich noch gucken und geheimnisse mir bekannte geheimnis okay ich habe diese affäre druckmittel erpressen gut könnte annehmen naja schauen wir mal ich werde von anspannung überwältigt weil was passiert was passiert was passiert warum da stand nichts davon okay seltsam okay ein geselliges beisammeln sein schauen wir mal die gäste sind in der großen halle beisammelt edelleute nauwer willkommen meine freunde gut ihr habt ein starkes druckmittel erhalten okay so was kann ich jetzt damit machen okay ich könnte ihm den titel aber kennen 20 meinung verlieren bla 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 die kontrolle und um welche geht es hohenburg ist da oben ist hohenburg irgendwas wert macht ein bisschen steuern hat ein paar aufgebote volksmeinung geht runter kontrolle geht runter hatten erben ja dann nicht mehr der land fried ist aber mein wasser und wenn ich dem das zeug unterm hintern weg ziehe ist das nicht so das ist ein gast von dem da die will ich ja nicht kann ja nichts die ist von niedriger geburt das bringt mir nichts aber den grafen aber das ist halt mein rats marschall der so gut ist 69 der ist richtig nice furchtloser schurke ja gut ich könnte was sagen wann beendern dass ich sag hier steuern zahlen muss aber das ist halt so witzlos was mache ich jetzt damit also ich fände hohenburg würde ich gern einfach jedem unter dem arsch wegziehen das ding ist halt wenn ich das mache tyrannei er wird annehmen oder untertan verlieren 20 meinung von uns alter anspruch ja 80 meinung wird mein rivale kontrolle minus 30 ist denn die kontrolle aktuell die ist eh schon nicht so toll weiß nicht ich hätte schon gern aber weiß nicht ich würde es ja gerne ausprobieren aber ich bin schon relativ angespannt deswegen glaube ich nicht dass das gut ist ich sollte es wahrscheinlich lassen ich hätte es gern die domänen und so aber einfach dass ich das halt an meine kinder weiter vererben kann weil es ist gut nicht vom kämpfen was macht denn kämpfen da jetzt greift herzog schlag mich tot an die große tafel an der hochnadel auf dem podest saß an der der hochadel hochadel auf dem podest saß gab ein lautes krachen von sich und einem gespitter gab sie unter dem gewicht der speisen und vergoldeten verzierungen nach als ich und meine geschätzten gäste uns zum niederen adels setzen mussten saß am ende am ende meine tochter hedwig mir mir graf everard reagiert darauf allerdings pikiert und erzählt allen was für eine obszöne ungerechtigkeit es doch sei unter edelleuten sitzen zu müssen die kaum besser sein als gemeine im gegensatz dazu graf ellenhardt erwies seinen niedergestellten anmut und erwies seinen niedergestellten anmut und güte allen hd ok geht wieder mich umhielten uns den ganzen abend lang und wir waren uns einig dass das nicht das letzte mal sein soll das und schweißen lachen ok ein befreiungsschlag die greifern gegen den gewinnt ist zürich ist nicht mehr verbunden seltsam sehr seltsam aber ok hdwig als meine gäste aufbrechen laune sehr schön nicht geht ohne mir wohl zu sagen die mag mich meine tochter mag mich sehr nice sehr sehr nice es wird persönlich ah jetzt bin ich hier beim beeinflussen ok ich bin schon dabei war ich mit dem nicht mal verbündet in unseren letzten briefe brachte mein vasall graf everard das bedürfnis versprache dass wir uns doch mehr auf seine ambitionen ok er ist gut im verwalten und relativ geschickt mit der kriegsführung er ist ein arroganter zorniger sprunghafter typ ja das regieren eines reiches ja schauen wir mal das ist ein bisschen zu einfach ne ja beeinflussen seine antwort ich weiß diese versuchten ablängung nicht zu schätzen oh ok schade naja gut ok ich kann kriege erklären das wollte ich immer gucken was sie was das für kriege sind so religionsbums und böhmeln pilsen das bringt mit gar nichts ostfranken nördlingen das kann ich machen eure armeen sind ausgehoben ja vielleicht nicht mehr pass mal auf sieben monate also ein paar gehen da runter ein paar gehen da hin ein paar gehen da hin ein paar gehen da hin ein paar gehen hier hin ok ok laufts mal laufen 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 so acht monate lol paar tage zwei monate 40 tage lustig ok ok also mein anspruch margarete versteckt sich jetzt wird sie feige ist ein höfling das ist mir so egal dann wird feige bitteschön krieger klären easy so ich könnte hausmitglieder rufen das nice aber muss ich nicht also in dem krieg bin ich halt super stark was gibt es noch kann ich noch mehr kriege machen ja das ist ein religionskrieg tripolis ha lol ich könnte es darüber schippern wie wärs mit nein ähm jaffa ok lol braunschweig könnte ich mir holen ah ist sehr toll aber ich hab das geld ich hätte das geld aber da oben ist so viel stress grad das ist nicht klug grafschaft scheichtung farmer die frage ist halt ist jaffa farmer oder sowas was wert hier ist halt nichts gebetshall ne jaffa hat auch nichts und was war das hier tripolis hallo wo ist position zurück hier ok ja schön hier hin wo greife ich an keine ahnung in welchem krieg ich wacke nördling nördling ah easy neun monate geht mal aus hier easy 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 so 4 meisterhafter philosoph ok ist ist dann hoch und ich sterbe jetzt sogar wie ne das war der grundwert der schaut mir nur so ähnlich ja warte mal halbschwester für die könnte ich doch mal boah naja naja oh gott äh nö nö euer nachbar hat einen krieg gewonnen landfried ist tot ok zum glück habe ich den quatsch noch benutzt so die wassalenbande sind immer noch bläck ne ja ja geil ok ne nö 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 ich brauche einen neuen hier dann wirst du jetzt der typ der das machen darf glückwunsch der mag mich sehr das gibt einiges am plus geld das ist gut mein druck gehen ja klar weil der typ ist gestorben ok ähm 80 ihr könnt einen neuen vorzug auswählen schreckenszuwachs fraktion oh und danach gibt es unglücksritter nö kampfgeschickt plus 4 reduziert riesigen beim befehlshaben von armene ich werde halt bald sterben das ist das ding und dann wird es ganz schlimm gundbert du wirst unterrichtet ok du bist recht gebildet wie nachdenklich heilige städte rom der mün fremmigkeit ja finde ich jetzt nicht schlecht kann man ihn nicht lassen verwaltung ist gar nicht so schlecht so so das ist wenn ich hier mache das ist wenn ich hier mache ich weiß nicht so recht ich weiß nicht so recht naja schon mal mal also eichstätt kannst du belagern aber das wirst du halt voll verkacken sorry also ne laufen die noch oder was machen die da die kann heiraten das ist aber wieder da unten gewesen oah komm hier gönnung graf sieg hart ja aber der mag nicht kann nix der ist nicht so toll kann aber auch nichts pech gehabt gibt es nicht ach komm mach mit ist in Ordnung tritt bei dankeschön die hat zwar keine truppen und ist eh tot aber ist egal als unversöhnlicher stefan okay die verloben sich und es ist material das heißt die leute kommen zu mir also die kinder das ist sehr gut das ist richtig gut lauf doch mal hin man zwölf teile verbleiben wir go ach die sammeln sich noch ewig lang okay okay pass auf kann ich das ist jetzt doof ja ne auflösen ist dumm okay okay ich dachte es dauert einfach nur aber die stehe steht die laufen die oder laufen die nicht die laufen könig ludwig ungültig so der ist tot glaube ich lebt nicht mehr fettleidig Prinzessin der gehört jetzt alles hä aber der hatte doch ein Kind Marie Burgund ich habe doch da irgendwas in die Wege geleitet gehabt oder nicht da ich habe noch nicht gespendet den der mit die 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 den Warum erbt jetzt sein Geschwister statt die Königin, wenn ich ihn umbringen würde. Ich meine, ich werde es nicht tun, wegen Anspannung. Aber wenn ich den... Der ist 19. Schaut mal, wie alt der aussah mit 19. Haupterbe. Okay, das bringt mir gerade nicht viel. Aber okay, wir sind... Ja, aber hey. Hä? Sind wir nicht mehr verbündet? Doch. Easy. Boah. Angeblich läuft der jetzt. Der hat keine Armee. Also keine Ritter. Ist das klug? Ohne Ritter? Da sind Ritter dabei jetzt. Okay, dann go. Mehr Armee, Befehlshaber, Eigenschaften. Fränkisch, Bayerisch. Graf Erich. Wo hofft er? Nice. Das ist so, ist brav. So, da fehlen noch sechs Monate. Neutralarmee, von Wien. Weil, was will der? Nee. Okay. Seltsam. Also, Eichstätt lasse ich mir nicht wegnehmen, ne? Schauen wir mal, was der kann. Ich habe sechs Liter, der hat fünf. Ich bin weit überlegen. Ich habe sogar Plänkler dabei. Das ist mir easy gewinnen. Pest. Heirat arrangieren. Wird annehmen. Das ist meine gute Heetweg. Okay, gut. Gut, das ist ein Spielwert. Der Tod hebt die Sense über meinem Reich. Die Pest ist da. Das unglückselige Opfer ist meine Halbschwester, Sophia. Oh. Nein. Öh. Okay. Jetzt ist der. Ach, Gott. Das dauert noch acht Jahre. Okay, dann isolieren wir sie. Beten für Erlösung. So, die Schlacht wird easy gewonnen. So, ab geht's. Los geht's. Auf geht's. Ab geht's. Drei Tage wach. Uuuh. So. Das ist 20 Gold wert. Das hole ich mir. So. Belagerer. Zurücklassen. Der Rest. Geht weiter. Befehlshaber. Boom. Jetzt wird es eng mit den Rittern, ne? Aber ist ja nicht mehr. 25 ist das wert. 17. 8. 11. 17. Stimmt. Das mache eigentlich meine Fraktion. Die Gegend ginge nicht sehr. Das ist egal. Das ist... Ne. Ne. Streit im Lager. Nachdem meine Armee ihr Lager aufgeschlagen hat, höre ich laute Geräusche aus den Unterkünften. Ich gehe der Sache nach und finde Lothar und Graf Teutbald inmitten eines Streitgesprächs. Ich habe vor der Menge eine Rede zu halten. Ich lasse sie machen. Ich gehe mein Zelt nö. Ja, dann. Easy. Auflösung. Nice. Ich richte mich auf und halte eine Rede darüber, dass wir alle für Herzogtum von Augsburg kämpfen. Und uns vereint gegen unsere Feinde stellen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die vielen fremden Mächte unsere internen Streitigkeiten ausnutzen können, um unsere Ländereien zu erobern. Und uns unter Jochen Lothar. Glückschaumbeschämt rein. Sie entschuldigen sich. Ich bin zu Bett. Meinung. Meinung. Ist das ein Vassal? Nope. Ist das ein Vassal? Ja. Das ist gut. Und ich kriege... Prestige. Ich habe schon so viel Prestige. Bündnis geschmiedet. Bündnis gestorben. Warte mal. Aha. Haupterbe. Ah, der erbt das Ganze. Der 3000. Ich brauche mit dem Bündnis. Hallo. Ähm. Oder brauche ich das? Was da hinten? Ja, schlecht war er nicht. Macht das Bündnis? Nö. Macht kein Bündnis. Mündl profitiert. Mündl profitiert. Ist gut. Graf Eberhard beeinflusst. Das ist wichtig. Der Nachbar der Herrscher verlor Krieg. RIP. LOL. Kleinkriege. Hm. Süß. Hier war doch dieser... Hier war doch dieser... Genau. Das ist halt... Aber das... Nichts davon schmiedet ein Bündnis. Ne? Ich meine, wenn ich Gundbert... Dann macht das zwar ein Bündnis. Aber... Ist nicht gut. Ich habe schon zu viele Bündnisse. Das glaube ich nicht. Ich habe halt vier Stück. Ja gut. Das ist halt schon stark. Ja, das geht so. Wir walken da. Da unten. Okay. Das ist... Boah. Das ist nice. Ja, das ist halt nice. Aber der ist weit weg. Deswegen. Na gut. So, wo bin ich jetzt? Hier. Oh oh. Hier geht es nicht weiter. Dann kehr ich wieder zurück. Ich dachte es reich. Dann müssen wir es ja wieder zanken. So. Was man da nicht einfach tauschen kann, ist auch schade. König Ludwig wird von Anführer Slavich angegriffen. Ausbruch der Beulenpest. Oh, das ist nicht gut. Och nö. Ach du Scheiße. Oh. Ist das ein Ritter? Ja. Ja, wie der kann jetzt. Oh wow. Das ist bitter. Okay. Jetzt habe ich ein Riesenproblem. Weil Pest. Uff. Leute. Uff. Pest. Das tut weh. Wie ist denn das mit meinen Vasallen? Gibt es irgendwo Höflinge, Vasallen? Der mag mich nicht. Eschenlohe. Das ist ein mächtiger Vasallen. Der nichts kann. Der ist jung. Und der ist krank. Whatever. Den machen wir schon. Es passt. Ja, passt. Schaut okay aus. Das ist halt das Ding. Von meiner Domäne kriege ich so viel Gold. Und von Vasallen so wenig. 2,6 ist halt nichts. Hier steht 3,8. Ja, gut. An Lens her zahle ich wenig. Födalsteuerstufe niedrig. Ah, ich muss wenig zahlen. Sonderbande. Das wäre doch gut. Gut. Vielen Dank. Also das wäre doch wirklich nicht schlecht. Unabhängig von der Linsen, ob das Vasallen das Linsen erklären. Der Vasall, ich, kann den Krieg unabhängig davon erklären. Innerhalb des Reiches. Das probiere ich aus, das will ich wissen. Weil ich habe Ansprüche, pass auf, auf zum Beispiel Nördlingen oder, na gut, jetzt bringt es mir auch nichts mehr. Okay, lassen wir es mal. Aber interessant, boah, dieses Spiel ist so groß. So, wie schnell wird denn hier belagert? Geht so. Beulenpest, Johann von Otto, ey. Die werden alle sterben. Legit, 100%ig. Die werden alle sterben. So, wir sammeln uns noch ein paar Tage. Dann gehen wir da rüber hier. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Mit Vasall. Das kann mir egal sein. Krieg, 18. Neuer Bischof. Sophia ist verstorben. Anspannung. Warum auch immer. Gundbert. Oh, nein! Oh, der Mentor von ihm. Ich dachte schon, mein Sohn wäre jetzt weg. Oh. Weil ich habe keinen, ich mache keine Kinder mehr und nix, ne? Das, ich kann nur noch, also ich kann sie nicht nochmal beschlafen. Den sollte ich unterrichten. Warte mal. Die ist besser. Du unterrichtest unser Kind. So. Und dann bekommt er Er ist gut in Bildung. Dann wirst du jetzt gebildet. Reichzeug ist nice, aber bei Bildung der Bildungsschwerpunkt Pass auf. Der Bildungsschwerpunkt Da gucke ich mal kurz rein. Verwaltung Geteilte Aufmerksamkeit Volksmeinung Zentralisierung Verstärkungsrate Das ist alles recht stark. Goldene Pflichten Das ist gut. Druckmittel gegen Bezahlung Titelverkauf Das sieht auch stark aus. An jeder Ecke Gold Wir haben einen Dienst Ja, das ist schon nicht schlecht, Verwaltung Weil Bildung hingegen macht halt Glaube 20% der Hauptwerte von Rathen werden zu den Euren addit Wow Gesund ist nicht schlecht Konstitution macht mehr fruchtbar K.U. Das ist auch stark Wollen wir nicht auch dann Ja, aber hier kann ich halt Höfling Gastmeinung erhöhen Verwaltung erhöhen Steuern erhöhen Ich versuch's mal Ich versuch's mal Mein Sohn und Erben Auf Auf Dings zu lassen Verwaltung Ich glaub Verwaltung ist solide So Und dann Brauchen wir hier eine Jemanden der Summe aller Werte hat Genie Das wär perfekt Okay Nein Genie ist super Eigenwillig Aber der ist noch nichts Der ist bisher nur nach Dann sollte ich noch ein bisschen warten Bis der mehr Sadistisch Rachsüchtig Ne Was gibt's denn noch alles So an Vererblichen Fähigkeiten Genie Intelligent Ist auch nicht Die ist sehr gut Aber die ist sau alt Und blind So ist die blind Ja Wow Ja weiß man nicht Aber die Werte sind halt Abartigend Die ist wunderschön Diplomatie Fruchtbarkeit Okay Die ist hübsch Stadtlich Wunderschön Also Genie wär super Und sie ist bayerisch Anderer Glaube Aber Genie Und der ist unser Erbe Das ist Geschwister Königin Katharina von Bayern Ist meine Tochter Ist meine Tochter Ich bin so ein Kackherzog Meine Tochter ist Königin Holy moly Ich könnte sie verführen Nope Die ist robust Das ist ja lustig Hab ich gut gemacht Tochter 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 Ja das meinst du Aber Genie wär so gut Graf Arnold Ich kann ja noch warten Ich kann ja noch warten Die läuft mir jetzt nicht weg Aber Sobald der bereit ist Muss ich dann halt richtig loslegen Und dann geht's ab Aber gut So Pest Ein neuer Tag Endlich sind wir wieder sicher Zwei Opfer starben Zwei Überlebten Ja dann geht's Der Ausbruch der Pest An meinem Hof ist endlich vorüber Die Opfer haben die Krankheit Entweder überstanden Und sind vor uns gegangen Die Hofärzte Versicherten uns Alle leichten Und entsprechend entsorgt wurden Und die Bedrohung Geschichte ist gut Okay Pest überstanden Belagerung geschafft Easy money Jetzt gehen wir noch da hoch Ich reise gerade durch Baden Wo mein Vassalgraf Everhard residiert Als ich eingeladen werde Seine Residenz zu besuchen Als ich dort ankomme Empfängt er mich Mit offenen Arm Und einer Führung Am meisten Fällen Und wie viele Halbwertige Projekte es gibt Okay Ich werde noch eine Weile bleiben Anspannung Anspruchsteller No Britta Nö Was haben die denn Oh Naga Belagerung 0,3 Ja gut Das ist schon stark Was macht das Wenn ich das erhöhe Weiß ich keiner Lassen wir mal die Oh Naga Oh Naga sein Auf der Regimenter Schwelle für Kriegsvolk Geht nicht mehr Drei Regimente Mehr geht nicht Ah Okay Na gut So was hat der jetzt Der hat doch wieder Das mit den Büchern Und den ganzen Bums Naja Speisesaal Die Bücher Diplomatie ist gut Mit dem Gold Diplomatie ist nice Ja Okay Ansonsten Kann sie mir doch Sicher helfen Ein bisschen bei der Domänenverwaltung Obwohl mach erstmal Höfische Politik So erstmal Der Höfische Wenn das durch ist Achso dann kommt direkt Das nichts Ihr haben schon Na Na lass es mal Passt schon Was macht denn Die Srenke Also das ist Kultur Der macht das Der macht Unterstützen Das ist wichtig Okay Ja ne das passt schon Geheimnis aufspüren Das wird halt dann cool Wenn ich dafür Geld Bekommen könnte Irgendwann Da müssen wir mal schauen Natürlich sollte sie Nicht hier draußen stehen Ihr habt recht Danke Bitte So jetzt Verwaltung Und danach Bildung Okay Verwaltung Verwaltung Ich schau mal Ich schau mal Ob man das so Ein bisschen Cheaten kann Aber vielleicht Ja mal schauen Hilft der mir Hilft der mir Ein bisschen bei der Verwaltung Ist gut Jagdhütte Weideland Belagerung Gefangene Kann ich dafür wieder Geld bekommen 50 Geld Dankeschön Trotz all meiner Bemühungen Hat es den Anstand Dass der Speisefaser Sich nun in einem Schlimmeren Zustand Erfindet Ah okay Die armen Bücher Bildung Okay Patronale Hilf mir mal Ich hab ja noch Im Reich Gefangenung Kann die was Ne Gebundene Bücher Ich habe nach Kräften Versucht ihm zu helfen Ansatzweise Ordnung Okay Zeit fürs Bett Dankeschön Dann kannst du mir Wieder helfen Bei der höfischen Politik Oder bei was auch immer Herrscher helfen Ist insgesamt Politik macht mich Da besser Hilf mir einfach allgemein Sei gegrüßt Angebot löse Geld Tschüss Danke So Easy Die haben die Onara Ne die haben die Onara Ja Das heißt hier habe ich Einen Fortschritt von 1,4 Und hier nur vor 1 Okay Das ist okay Gefangene Für 11 Jahre Der kann halt nix Und ist ein wahnsinniger Blödkopf Für 9 Jahre Kann auch nix RIP Freut mich Dass ich helfen konnte Gut Okay Besser als nichts Das ist schon mal nice Hm Ich hätte immer noch gerne Mehr Kriege Und Zeugs Aber Ich könnte sie Einkerkern Gibt Anspannung Bei Ablehnung Verliert sie Meinung Und was bringt mir das? Bringt mir das Frömmigkeit? Bringt mir das Irgendwas? Und ich bin schon Angespannt Deswegen Ich sollte da ein bisschen Aufpassen Ja Aber das wird Irgendwann Hoffe ich mal Muss man mal sehen Der Klick hier läuft Auch easy Oder? Ich hab Nerdlinge Ja Geschenk Mann Geschenk Satz Okay Darum muss ich mich Kümmern Der will das Herzogtum von Bayern Der hat auch Einen starken Anspruch Darauf Deswegen Der hat nur noch Regensburg Der war halt mal mehr Da muss ich das dann Niederknüppeln Oder Schauen wir mal Ob wir den Zur Ruhe bringen können Weil der macht Stress Die anderen halt nicht Das wenigstens Jetzt muss ich sagen Ach Das ist ja gar nicht Sitzend Sitzend Zweiundzwanzig Und die ist jetzt Da hoch So Okay Ähm Ja Na holen wir uns noch Bamberg Oh guck mal hier Ah das geht nicht Das ist Aber das geht Städte kann man nicht Belagern Also ich nicht So sei es Wir haben verloren Ist mir egal Wer wird überfallen Wer wird überfallen Ich sehe hier Keine Gegner Und nichts So egal Scheint okay zu sein Okay Ich hab Gold Ich hab Prestige Ich hab ein bisschen Frömmigkeit Ich hab wenig Bekanntheit Aber es ist noch okay Ich würd sagen Es läuft sehr gut Bis auf das mit der Domäne Das keckst mich an Das ist richtig doof Aber ansonsten Geht Ne Nice Wieder Geld bekommen Mündel profitiert von Unterweisung Das ist sehr schön Lösegeld 25 Gold Ja klar Geht her Gesund und wieder Tschüss So Jetzt Schwelle 2 Ich bin gespannt Ob das geht Ah wird ein bisschen knapp 500 501 400 Es sinkt Zeugs Aber es scheint zu gehen Weiler gebaut Aufgabe beendet Graf Ellenhardt Von oben hat die Aufgabe Mehr Kontrolle beendet Okay Dann kann ich ja mal gucken Ob ich mehr Kontrolle In Rotenburg schaffe Wo es gerade echt schlimm ausschaut Eichstätt schaut auch schlimm aus Gröningen schaut auch schlimm aus Ja 5 Jahre Uff Kultur dauert noch Gefangener freigelassen Profitiert Gefangener gemacht Gelagerung gewonnen Aufnahme Okay Tschüss Easy Tschüss Wiedersehen Gut 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 Läuft 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 500 Ich glaube da komme ich mit dran Belagerung gewonnen Auch wieder easy Dann gehen wir noch da hoch Ich habe doch jetzt wirklich alles Oder Wieder einen Gefangenen gemacht Gold 10 ist jetzt für mich schon wenig Das war mal früher so viel Jetzt ist so egal Ist auch egal Wechsel die Kultur Sehr schön Sehr schön Das hilft Jetzt ist er ein Bayern Echter Beil Okay die kann abhauen Das ist mir egal Der hat ja eh keine Truppen Hat sich aufgelöst Hat sich aufgelöst Ja die war es nicht Die ist bitter Das mit dem Ultimatum Verstehe ich noch nicht so ganz Aber da muss ich mal gucken Mal schauen Mal schauen Lösegeld Danke Gut In Augspur könnte ich was bauen Leider Hier noch nichts Aber Ich könnte Jagdhütten verbessern Mehr Aufgebote Mehr Verteidigervorteil Oder das Weideland Versorgungsschwelle Das ist wichtig Das brauche ich Ich belagere da weiter Ist mir zu egal Ich belagere die beiden Dinger noch Hol mir das Gold Und dann Machen wir Kriegende Warte mal Hier sind Feinde Räuber von Prag Das ist gefährlich Was es hier alles hat Da muss ich aufpassen Adelheid wird erwachsen Knausriger Buchhalter Das ist nicht schlecht Sieht zumindest nicht schlecht aus Ja geht's weg Geht's weg Geht's weg Ich will doch hier nicht überfallen werden Verlobung erfüllt Das hilft mir zu wenig Aber das hilft mir Wenn er stirbt Oder so Ja keine Ahnung Habe ich halt mal gemacht So ich kann Kriege Verbündete Verbrecher Das hilft mir halt nichts Das hilft mir halt auch nichts Ist einfach so Da oben ist egal Das ist halt gefährlich Aber der macht grad nichts Oder hat der schon Gold Nö Aber 3000 Truppen Ist heavy So das gehört uns Das gehört uns Dann ziehen wir uns zurück Der will das Kontern Schafft aber nicht Hallo Gottfried wurde gefangen genommen Der ist Geld wert 100 Gold Wow Das ist viel Gabe der Großzügigkeit Mündel Margarete Mündel Margarete Mündel Margarete Ist ein Höfling Bastard Höfling Ja Könnte machen Das will ich auch De Asti Oh mein Gott Muss sie wirklich so heißen De Asti Na gut Ich bring sie jetzt nicht um Ich lasse frei Oh mein Gott De Asti Ich kotze ab So das gab Geld Das gab Geld Dann gehen wir jetzt heim Und machen hier Krieg Forderung erzwingen Achso Ja mach hier Komm Ein gutes Geschäft So sei es Ich halte 20 Ruhm Und 20 Um So Seid gegrüßt Große A Oh was ist Durch die Ansiedlung Der Bayerischen Kultur Und das Und das Einsetzen einer neuen Verwaltung Haben die Bewohner von München Die Bayerischen Traditionen Angenommen Nice Es heißt ja auch Bayern München Deswegen Das sollte eigentlich klar sein So Beeinflusst Das ist gut Neuer Lebenswandel Vorschlag Härte erdulden Harte Herrschaft Bam Boom Fraktionen Sind immer noch Sehr unzufrieden Okay So ich hab die jetzt alle nach Hause Fertig Tooltip Rechtmäßiger Lensherr Ja das ist auch noch so ne Sache Gemeindekontrolle RIP RIP Ein unerwarteter Besuch Ludolf verspätet sich wieder einmal bei einer Ratsitzung Diesmal lass ich das nicht durchgehen Als ich vor den Gemächern von Ludolf ankomme Bin ich nicht so höflich vor dem Eintreten erst zu klopfen Ludolf sitzt am Tisch und schreibt wie wild Auf meinen Reusband hin schreckt er zusammen Er stopft sich rasch Eine Pergamentbeurteilung Und wendet sich mir eine banger Miene zu Ist doch mein Bischof Der mag mich doch Hat eine gute Chance Muss ich nicht wissen Muss ich nicht wissen Glaub nicht dass ich das wissen muss Das tut weh 4000 Truppen man Und ich kann dagegen nichts machen Ich kann keine Leute Holen Das ist einfach Überfallzeug Schaut mal Die rennen hier rum Überfallen meinen Rums Und denken sich Trolololololol Das gefällt mir gar nicht Das ist böse man Das ist sehr böse So jetzt belagern die hier einfach Die Festung Passau Krass Da gibt es halt Beute Ich meine die holen sich nur Beute Aber aua Wie ist denn das? Wie lange würde das dauern? Lange Ein Monat Sechs Monate Naja ich muss mich hier verteidigen Das geht nicht anders Aber Vielleicht sollte ich ein bisschen Gold davon nehmen Oh ich kann die nicht erhöhen Spannend Also kann man nicht endlos Kriegszeugs machen Okay Uff Ja wie kann ich Kriegsregimente dann erhöhen? Aha Okay Aua Was mache ich da mit dem ganzen Gold? Lol Na gut Komm ausheben Also Kann das hier nicht Allein durchgehen lassen Boah Ja Passau wird belagern Das ist böse Uff Leute Das sieht gerade nicht gut aus So ich kann Krieger klären? Kann ich nicht Weil ich Armeen habe Aber Herzog von Böhmen Na ja Da ist auch nichts besonderes drin Es wird wirklich Zeit Dass ich bald ins Bett gehe Mal Ansprüche Braunschweig Äh 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 Jetzt wäre es halt wieder so Ah Dinge zu Mostfranken Irgendwas zu fingieren Wäre schon nice Und ich könnte ihm helfen Ne Aber Katholischer Kroaten Katharischer Katharisch Die verlieren das volle Kanne Da mache ich nicht mehr Ja das ist jetzt doof Guck mal wie die sich sammeln Dagegen kann ich nichts machen Da geht nichts Krieg Ihr verteidigt Ähm Das finde ich doof Wenn ich das zu mache Kann ich nie ja sagen Das ist so dämlich Ist halt richtig dumm 30 Das schaffe ich halt nicht Also ich kann eine so eine Armee Vielleicht töten Aber das ist schon knapp Aber der Rest Dass die so viele Truppen hat Das ist halt heftig Die überfällt das einfach Der hat nicht die Truppen Hallo Wo konnte ich denn das jetzt anschauen Ne das war es nicht Oder war es das Ne Keine Ahnung Also das ist halt Ja der Stern Typ Was ist das für eine Armee Kämpft angreifend Und weil ich Mit ihm verbündet bin Und der Überfall Mitmacht Äh Das ist ja doof Also Leute das sieht doof aus Sagt euch ganz ehrlich Wie es ist Da habe ich Hügel Ackerland Ne Da habe ich Wald Jetzt Berge Sehr ungut Ich kann da nicht hin Weil also die sichern sich hier echt ab Was ist hier Totenschädel Das kann ich wegmachen Ich kann Passau nicht verteidigen Leider Geht einfach nicht Vielleicht kann ich da oben was Weghauen Hier Schlacht Tschüss Ich bin da einfach besser So jetzt haut er ab Ich kann Passau nicht verteidigen Das geht einfach nicht Pass Also ich würde gerne Weil das ist eigentlich meine Pflicht Aber Nerdlingen Ja Das wird schon Keine Ahnung Also Passau fällt jetzt Die Frage ist Ob ich diese Beute Verliere Das 21 Gold Ne So ist jetzt einfach Oh Kommt der nicht weg Acht Tage 25 Tage Er vergisst das Krieg ich nicht Krieg ich nicht Vielleicht kann ich Passau wieder zurückholen Das wäre gut Er wird eh gebaut Guck mal So in Augsburg kann ich gerade nichts bauen In Ingolstadt könnte ich was bauen Wie wäre es mit Kasernen Braucht mal ein paar mehr Leute Hier vielleicht auch noch Höfe und Felder machen Geld Ja Nördlingen München Können wir auch noch verbessern So Okay die plündern jetzt hier einmal rum 5000 Plünderer Da kotze ich doch ab Oder Ganz im Ernst In Erinnerung bleiben Oh Gerold Wenn ihr doch noch bei mir werden Freund ist gestorben Das ist so ein Problem Wenn man viele Freunde hat Die sterben irgendwann Und dann hast du an Okay die Unzufriedenheit sinkt wieder Das heißt das ist gut Dann brauche ich mich auch nicht mehr drum kümmern Das lasse ich noch schnell durchlaufen Und dann schaue ich mal ob ich irgendwie Keine Ahnung Kann ich beim Beim Papst nicht irgendwie Mal Geld machen Habt nicht genug Frömmlichkeit Dauert noch So jetzt laufe da runter Konterbelagere das mal So die Sache ist Ich könnte die Festung jetzt stürmen Verursacht aber viele Verluste pro Tag Ich hätte es aber gerne mal ausprobieren Aber erst wenn die weg sind So das kann ich jetzt lassen Wen könnte ich denn noch Die mag mich halt schon Ich brauche hier kein Zeugs Schauen wir mal ob ich mich mit dem König gutstellen kann Die rennt vorbei Dann probieren wir das jetzt mal So ich stürme jetzt 20 Tage Hier ist richtig hart drauf Boom Da sterben Leute Jeden Tag Das müsste doch irgendwo auch stehen Oder Der Verschleiß Steht nirgends So Dann haben wir das jetzt gleich wieder War teuer Aber ist in Ordnung So Ihr kontrolliert jetzt Pass auf Neutrale Armeen Neutrale Armeen Okay So viele Aufgebote man Aber ich sehe jetzt keine Gegner mehr Das heißt wenn ich auflöse Boom Easy Tschüss 11-3 Leute das schaut gut aus vom Geld Geld ist sehr gut König Jasper Anspruch Geht nichts Sultan Religionskrieg Ist doh Das ist doh Verlangt Ratsposten Weiß nicht Der ist ausgezeichnet Der ist gut Der ist jung Aber Hm Hm Also ich sehe jetzt keinen Grund Das zu tun Der ist schon am besten Überall Ihr könnt Glaubensoberhaupt Und Gold bitten Gib Gold Ich könnte doch mal Eine Jagd veranstalten Aber Wenn ich bin Ich meine die Meinungen Wann ist das In 30 Ah das ist bald Eineinhalb Jahre noch Ich bin alt Ich bin schon 60 47 Holy Ja ne Jagd Ich bin halt kurz vor Anspannung Lass irgendwas doofes passieren Komm Geh mal auf die Jagd Ich kann es machen Das ist in Ordnung Das stört mir Das passt schon Wasallen verleihen Ja aber Dann geht doch Das Zeug rüber Hirsch in Weiß Ich reite vor der Gruppe Kohle Kohle Bündnis ist wieder da Das ist gut Neffe wurde in der Schlacht erschlagen Das ist nicht so geil Was noch Okay Ich folgte Wo findet die denn statt Wo findet die denn statt Normalerweise wird einem das angezeigt Das ist so ein kleines Symbol Ich sehe es noch nicht Das schau mal gleich Was wir dort nochmal bauen können Irgendwo wurde es einmal angezeigt Aber ich sehe dieses Dieses Bogensymbol Ich bin blind wahrscheinlich Ich wüsste halt gerne wer alles teilnimmt Ah Interessant Man kann Charaktere anpinnen Praktisch Zum Überblick behalten Ne Das ist nützlich Besitzstümkarte Also ich sehe es nicht Früher habe ich es immer gefunden Ich weiß nicht wo ich jetzt am Jagen bin Irgendwo bestimmt Weil ich habe den Screen gesehen Bei Hanno habe ich das gesehen Mit dem Wer alles teil Das Das Aber okay Ähm Der Jagd war Aber hier sehe ich es nicht Verbessern Go Go Leute Go München wird gebaut In Nördling wird gebaut In Ingolstadt gebaut Ich sehe die Jagden Wahrscheinlich wird dieser dumme weiße Hirsch Jetzt mein Todesurteil Königreich von Friesland Königreich von Ostfrankreich Königreich von Wir kehren zurück Das war es Okay Burgund Westfranken 4000 Truppen 700 1200 Herzogtum 3000 Böhmen Böhmen ist stark Kann ich Kann ich Der ist fett Kann ich Ich kann Böhmen Den Krieger Und Grafscharf Ne Ähm Ist nice Aber eigentlich wollte ich Eine Heirat arrangieren Geht nicht Will er nicht Schade Anderer Glaube Ähm Was glauben die denn Tschechisch Ne Slovanska Pravda Ja RIP Mir ist schlau Ne Ich bin schlau Okay Brauche ich irgendwo Kultur Nördlingen Hier drüben vielleicht Ach Nördlingen Gibt wieviel Truppen Das müsst doch dran stellen 180 Okay Ja sorry Wenn ich gerade so ein bisschen leiser Und blupsch Ich werde Ich bin gerade ziemlich im Try out mode Baut Bluthundezwinger Hö Ach das ist dann Die Stufe Okay 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 So ich könnte natürlich Für seinen Bums Irgendwas bauen Aber Sehe ich nicht ein Man baut auch nur Seine eigenen Dinge ab Ganz im Ernst Der Rest Der baut von Uh Fürstengebäude So Ulm hat Drei Plätze Äh vier Das ist sehr heftig Aber ich habe immer noch Kein groß Super Tolles Super Gebäude Irgendwie Herzogtum von Tirol Nichte Ja Mit der sollte ich jetzt Keinen Stress machen Pilsen könnte ich mir holen Ich darf hier da Krieg erklären Boom Pilsen Religionskrieg Berg Ich bin unter Oh Die haben 3000 Truppen Die sind Verbündeten wahrscheinlich Ne Militärsteiger 1 Der hat 3000 Ja das genau Ja Okay Rip Mächtige Vassalen Erwarten Berat zu passen Ja Adalbert Okay Langsam wird er besser Pass mal auf Das könnten wir machen Der ist jetzt auch Ausgezeichnet Dann kriegt Adalbert Jetzt das hier Ist okay Aber der Sorry Nö Und das geht nicht Und sonst kannst du nichts Eschenlohe Eschenlohe gibt 700 Leute Das ist wirklich mächtig Und es verbündet mit Graf Sunno Okay Ähm Der ist wichtig Der ist ganz wichtig Der ist so wichtig Ah das ist teuer Die sind Franken Der ist okay Auf mich zu sprechen Aber Der ist erst 16 Der mag mich gar nicht Der hat halt auch Einen Anspruch Da drauf Der ist verbündet Mit dem Das sind 800 Truppen Gefährlich Das ist halt heftig Dass Eschenlohe So stark ist Wie viel Vassalensteuern Gibt mir das denn Eschenlohe Graf Radul 0-2 bloß Okay Ist jetzt nicht so viel Alpsee ist gut Er ist ehrlich An der Kultur Möchte sie zum Rat Beanspruchte meinen Titel Das geht aber runter Das passt schon Bist du in der Fraktion drin? Alter Ja klar Der auch Ja aber der kann nix Äh obwohl 14 Gegen 21 Ich wäre blöd Das zu tun Nö 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 So da wird gebaut Ich habe leider nur 4 von 6 Besitztümer Ich hätte gern mehr Aber ich kann mir halt leider kein Nö Wenn ich den Upper kenne Dann ist es halt Tyrannei Der verliert 80 Der mag mich nicht Kontrolle sinkt Ist alles schlecht Das ist halt Habgierig Ein offenbartes Geheimnis Oh scheiße Graf Radolf Mein Vassal Hat jemanden Einer üblen Sache Bezüchtet Anne Der Konu Mutter Von Graf Philipp Warte was Anna Ist die Mutter Von Graf Philipp Ist ein Vassal Von mir Soll eine Außerähnliche Affäre haben Und Graf Erich Ist das Objekt Der Begegnung Leute könnt ihr nicht mal Chillen Okay Ähm Die haben Meinung Voneinander verloren Ich kerkere Die da ein Die gesamte Familie Verliert Meinung Von mir Der ist aber Auch stark Falkenstein Hä Gehört Falkenstein Zu mir Ja Krass Falkenstein Gehört zu mir Wieso Hälfte Uff Ansonsten Sage ich Ja Moment Da mal Ich Verliere Eine Hingabestufe Dann bin Ich Nicht Mehr Aufopferungsvoll Sondern Nur noch Gläubig Ich Bin so alt Mann Anna Und Graf Erich Der ist auch Ja Boah Zehn Jahre lang Anna Verlore Hingabestufe Das ist passiert Darum kann ich Nichts verändern Ich kann jetzt Nur entscheiden Hau ich auf Einen Tisch Und sag Ist egal Also Böse Böse Oder Sag ich Ist mir egal Aber mit dem Kann ich da eh Nix bestes machen Ich Kerker sie ein Komm Hau weg Macht's Kein Bumskram Dann 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 Alter Königreich Bayern Ist so Kaputt Sieht Nicht gut Aus Für uns Naja 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 Also Wir sind Ein großes Reich Das ist nice Ich würde Ja noch Dieses Herzogtum Holen Aber ich Habe Kein Kriegsgrund Und ich Kann nur Grafschaften Fingieren Anspruch Bitten Er würde Es Annehmen Aber ich Bin Nicht Gläubig Genug Ich Könnte Eine Pilgerreise Noch Antreten Auf Meinen Letzten Jahre Hin Eine Pilgerreise Jerusalem Zum Beispiel Ist Eine Sehr Lange Pilgerreise Oder Vatikan Köln Ist In der Nähe Gehen Gehen wir mal Nach Köln Komm Machen wir mal Eine Reise Ich pilgere Jetzt Auf meine Alten Tage Noch Nach Köln Besuch Da Den Bums Das Wäre Ziemlich Nice Vielleicht Gib mir Das Großen Bums Freumlich Keiten Ich kann mir Hier Dieses Ganze Herzogtum Aneignen Mal schauen Zeit Für Die Abreise Köln Ist ja eh Wäre Ein Sondergebäude Aber Das Geht Nichts Euer Lenzier Hat Autonome Vasallen Verabschiedet Oh Ansonsten Sind Wir Frei Ich Kann Keine Titel Mehr Aber Kennen Nee Er Kann Keine Titel Mehr Aber Kennen Okay Ja Aber Der Aufstand Ist Nicht Gut Verirrt Oh Nein Ich Hätte Schwören Können Dass Das Der Richtige Weg Ist Weder Meine Gefährten Noch Ich Finden Weg Zurück Zur Route unserer Pilgerreise Orientieren Wir Uns Nacht Überhaupt An Sternen Es Kommt Mir Vor Als Hätten Wir Bereits Wochen Vergeudet Nein Von Salzburg Ich Könnte Mir Holen Das Da Solange Schulden Haben Kann Ich Kein Mein Lebens Lebens Kämpft Bereits Warte 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 Wo Bin Ich Jetzt Hier Die 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 Ankunft Na Also Die Doch Das Ist Nicht Mein Basal Der Kämpft Hier Schon Angreifend Den Da Ripp Ripp Endlich Bin Ich Hier Mit Leib Und Seele Am Großen Gotteshaus Von Köln Als Der Bischof Mir Den Segen Erteilt Denke Ich Darüber Nach Was Alles Geschehen Musste Damit Die Heil Himmlischen Mächte Mich Hierher Führen Konnten Zu Diesem Augenblick Das Ist Gut Ich Erhalte Pilger Wehrhafte Pilgerreisen Entschlossener Pilger So Jetzt Mir fehlt Ein bisschen Anspruch Zwei Monate Noch Zwei Monate Leute In Zwei Monaten Kann Ich Mir Mit Ein Bisschen Glück Diesen Anspruch Holen Das Gesamte Herzogtum Von Schwaben Ich Könnte Natürlich Auch Versuchen Hier Ich Könnte Auch Versuchen Aber Der Ist Stark Sehr Stark Das Sollte Ich Nicht Machen Ich Könnte Mir Tirol Holen Aber Das Könnt Mir Schon Semimäßig Ostfranken Wäre Auch Interessant Na Aber Da Ist Halt Auch Wieder Nichts Dabei Keine Besonderen Orte Kein Irgendwas Schöne Schöne Gebäude Gehöfte Und so Ja Aber Ansonsten Nichts Die Rückkehr Meine Das Das ist Schade Schade Manche Grafschaften Haben Richtig Besondere Gebäude Ich Wüsste Gerne Wie Ich Die Googlen Kann Ich Muss Mal Nach Na Liste Holen Weil Das Hier Zum Beispiel Rammelsberg Bam Das Sondergebäude So Es Gibt Fürstengebäude Und Sondergebäude Ja Für Sondergebäude Habe Ich Schon Was Gehabt Zusätzliche Gebäude Genau Baronin Oder Auf Bestimmten Gelände Ja Aber Ich Find Nichts Zu Sondergebäuden Und In Enzyklopädie Sondergebäude So Sonderbeziehungen Ja Und Das Ist Sonder Soldaten Garnition Blablabla Und Das War Gebäude Motte Ringburg Handelshafen Schiffsbauer Schiffswerfen Wie Heißt Das Ding Bergbausiedlung Berg Bausiedlung Okay Es Gibt Die Kermnitzer Bergbausiedlung Goldbergbausiedlung Wer Ist Das Jetzt Schon Wieder Margarete Ohne Güte Zerfällt Diese Weil Sie Wird Mit Fühlen Höfling So Das Wollte Ich Jetzt Noch Gucken Goldmine Wie Hieß Das Ding Jetzt Mal Genau Siedlung Siedlung So Sofienkirche Das War Aha Falun Falunbergbausiedlung Schwarz Okay Kermnitz Wo liegt denn Kermnitz Da Unten Sunfthäuser Da Hat Es Noch Nix Seltsam Also Da Muss Ich Mal Googlen Wie Ich Das Hinkriege Weil Das Ist Sehr Komisch Okay Ich Kann Mir Diesen Anspruch Holen Der Hat Kaum Truppen Gib Dir Nice All Wow Öha Was So Jetzt Ist Ein Nachsichtiges Wesen Er Ist Arrogant Und Schüchtern Ich Halte Den Es Hat Eine Gute Chance Also Der Mögliche Benefit Überwiegt Den Möglichen Nachteil Würde Ich Sagen Ist Schwachsinn Aber Wenn Das Mag Er Ist Arrogant Er Wird Sicher Toll Finden Wenn Ich In Den Arsch Krieg Machen Mal So Wir Sammeln Uns Hier Noch Die Macht Mit Unser Quell Der Freunde Ich Kann Nicht Unern Sinn Dass Wir Beide Von Häufiger Profitieren Wird Aus Gezeichnet So Ja 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 Aber Du Kriegst Keinen Weil Du Kacke Bist So Hier Leute In den Krieg Rufen Bringt Mir Gar Nix Das Das ist Günstig Das Machen Mal Das Ist Günstig Das Teuer Wisst Ja Das Müsst Das Reicht Schon Würde Ich Mal Sagen Das Ich Krieg Gleich Noch Dings Anspruch Lebenswandel An Den Güter Gäste Von Natürlich Werde Ich Mich Anschließen Lernen Die Männer Von Knien Zu Fürchten So Senken Die Kontrolle Nicht Perfekt Das Ist Sehr Stark Ich Find Es Richtig Cool Wie Alles Irgendeinen Vorteil Gibt Hoffentlich Hauen Die Ab Und Fangen Jetzt Nicht An Hier Wild In Land Rum Zu Halbieren Halbieren Eine Armee geht hierhin Die andere Armee geht hierhin Easy Easy Cool Gelagert Ist nicht beeinflusst Easy 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 Da kommt Verbündete Das ist gut Cool Warte mal Wie Dann braucht Der Dahin 13 Tage 6 Monate Whatever Man Ganz im Ernst Das kann Man Verbündeter Machen Wer Läuft Da jetzt Hin Easy Oh Nehm Dieses Gold Verschafft Uns Gehör Ah Ne Nicht Ne Nein Nicht 45 Gold Das ist mir Zu Teuer Ist das Immer noch So Ja der Ist halt Erst 12 Weil der Haupterbe Ist Kann ich Den Umbringen Oder Irgendwie So Oder Ne Wenn er Stirbt Geht das An I Ja das Ist halt Das Ding Der Hat Anspruch An Herzogtum Von Bayern Er Lebt Nicht Fett Cool Mein Verbündeter Schlägt Den Da Oben Zu Brei Geilo Ja dann Kann ich Ja hier Mal Halbieren Und mit Der Armee Irgendwo Anders Hingehen Hier Rottweil Zum Beispiel Noch Belagern So Das da oben Ist ein bisschen Weit weg Aber Macht nix Ah ne 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 Nein Wie viele Grafschaften habt ihr denn dieser Titel 1 2 3 Im reich von könig Ja gut das reiches Fürstenberg Grafschaft von Fürstenberg Sehr seltsam Ähm Gewinnt ihr das oder verliert ihr das Minus 10 Ist nicht gut Bei so kleinen Geplänkeln kann das schon böse enden Aber scheint zu Bluthunde Zwinger ist fertig Cool Ich werde da oben Belagern Ja das ist halt das Problem Ich werde hier überfallen Und kann nichts dagegen machen Das ist halt heftig Was sind das für Armeen immer Wieso Greift der Ja wegen meinem König Ludwig Gebumse Kann der den Krieg mal endlich Verlieren Please Ja das ist halt doof Ne Euer Ruhm ist weiterhin bekannt Ruhmstufe halten Wo sehe ich die Bekanntheit Bin ich jetzt in Luster Ne Doch Ich bin Iluster Anzahl Ritter plus 2 Boom Achso warte mal Ne Ja Ok whatever Ne Ne Warte Was ich jetzt machen könnte Oder wo ich jetzt näher dran bin Ist hier Ich müsste nur noch unabhängig werden Dann könnte ich mein eigenes Königreich machen Alter Der würde annehmen Dass ich das Königreich Von Bayern kriege Krass Das wäre nice Aber das werde ich nicht mehr schaffen Mit der Frömmigkeit Ich müsste noch zweimal pilgern Und dann uff Vielleicht Vielleicht Mit genug Geld Aber erstmal geht hier alles kaputt Das ist halt bitter Grafschaft von Passburg Passberg Da ist Stress Ich werde hier Also ne Worum kämpfen die eigentlich Gar nichts Was passiert denn Wenn wir verlieren Alle Grafschaften In der Fraktion Erhalten einheimische Befried Einheimische Befriede Verliert Meinung Kerkern Uff Ich hab Angst Ich hab sehr Angst Davor wie das abläuft Ganz im Ernst Sag mal Da hat's ein Ding Da musst du hin Hier So Das belagere ich Das belagere ich Das ist Das wird schon belagert Easy Wieso kann ich das zum belagern Okay Ja gut Okay Passt ja Ist ja in Ordnung So Hohenburg wurde jetzt Weggenommen Der hat verloren Könnt ihr jetzt bitte aufhören Bei mir hier alles kaputt zu machen Holzkaserne Getreideäcker Das ist schön Aber das hier mehr Das sind halt 5000 6000 7000 Truppen Weil halt Das sind bloß drei Leute Aber das sind halt Die Armeen Da ist noch ne Armee Da sind noch tausende Armeen Mietklingen Noch mehr Bummskram Da werde ich überfallen Am 19. November Da komme ich nicht rechtzeitig hin Sorry Geht nicht Das ist egal Die sind tot So Der hat den Krieg verloren Ist jetzt hier vorbei So die hauen ab Gut Die Meetings sind neutral Es wäre cool Wenn die das hier angreifen Und zerstören würden Unwahrscheinlich Aber es wäre cool Leute Wieso gehört Den Hohenburg Nicht mehr Ist die jetzt Komplett frei Hallo Dankeschön Oh Hier wird kaputt Sehr schön Danke Also bei aller Liebe Aber das will ich wieder haben Das war meins Wie lange braucht der dafür Teuer Dass ich das jetzt verloren habe Aber ich kann es nicht ändern Das gehört bald mir Das gehört bald uns Das gehört bald mir Das gehört schon mir Easy Geh mal da mal hin 2500 Leute Wow Die sind jetzt unabhängig Und freuen sich So Yeay Benachbarter Herrscher Höfling Von Die hat irgendwann Mit einem Höfling gearbeitet Wie sie geheiratet Was für ein Blödkopf Ja und jetzt sind die frei Oder was Wegen Wegen Man hat null Kontrolle Und nix Ham Ham Hamalam Das ist so strange Die Fraktion kann nix mehr Easy Ich könnte mal wieder Ritte einladen Das sollte ich häufiger machen Wenn ich hohes Prestige habe Das kann sich lohnen Hat kein Ehepartner Ripp Ich werde bald sterben Und dann kriegt er Einige Ansprüche Ert er alles Weil ich habe sonst keinen Das wäre super Warte mal Wie geht es meinem Sohn eigentlich Der ist elf Na gut Die Werte sind schlecht Der ist gefühllos Schüchtern Und nachdem Boah Schüchtern ist Schüchtern ist ganz schlecht Hoffentlich kriege ich das noch weg Schüchtern ist böse Das gehört mir Das gehört ihm Ritter 16 Wie viel will der 25 Gönnung Das geht 25 geht Jetzt sind die frei Wegs irgendeinem Schwachsinn Ja aber warte mal Hat der dann nicht Übelst viele Gratschaften im Land verloren Belagerung Gast Ritter Wir sind fertig Aber das hole ich mir noch Die Festung von Hohenberg Mündel profitiert Gundbert Erbe Ah ja profitiert Gut Gast geholt Ritter Ähm Vasallentum anbieten Ah Die kann wieder zurück zu mir Zum Vasallentum Okay das wollte ich Dann brauche ich auch kein Kein Das ist ja schön Ist besser Lösegeld Heinrich 25 10 Na dann erst die 25 Go Die sind verlobt Das dauert noch Ein gutes Geschäft Lösegeld 10 Der will immer noch Ratsposten Aber hat Pech Was macht ein Renkespiel Das läuft Mein Spitzel Die hilft mir 25 Ist halt ein gigantisch guter Wert Die ist halt verletzt Und Lüe Oder Lües Ist Lües Einbeinig Unverwundet Hohenberg Alter Wie die Aue schaut Krass 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 Alter Uff So Also Mach Himmel So Forderung erzwingen Bumm Ruhm Tschüss Damit gehört Dieses ganze Fürstentum Jetzt mir Das ist Gigantisch gut So Ich könnte Der hat 3000 Truppen Und ich bin mit ihm verbündet Uff Ähm Ratschlag Tooltap Modi Ja Und rechtmäßiger Lehnse Genau Das ist so ein Problem Aber na gut Ähm Die mögen mich nicht Hier irgendwas Lähläh Zu machen Wäre auch nicht so gut Ach ja Ich hab das Gefühl Ich sollte die Vasallenbande Von einigen Vasallen Wieder ändern Von Steuern Zu Aufgeboten Ähm Lass mich mal gucken An meinem Hofe Ne Kann die was Nein Wie alt ist der Ah ne Okay Wie teuer Zehn Ja komm mal her Komm mal her Da Für zehn Geschenkt Wird einen guten Wert Ähm Hof Gefangene Das war die Na Die Komm raus hier Ah Lol Oh Wie süß Lustig Nein Ähm Okay Ritter eingetroffen Zwölf Für zwanzig Nein Scheiße Komm Machen wir mal ein bisschen was Das Geld hab ich ja Was wollte ich jetzt noch gucken Tschüss Alamin mal weg Easy So Und jetzt Hätte ich gern Graf schaften Das geht nicht Das geht nicht Geht nicht Geht nicht Sollte ich nicht tun Der ist allein Okay Aber dann wäre das meins Finde ich nicht schlecht Eine Graf schaft selber zugekommen Auch wenn die nichts wert ist Aber Das ist halt so Frustrierend Sage ich euch ganz ehrlich Das ist halt wirklich frustrierend Druckmittel Ja genau Tschüss Ich glaube ich sollte jetzt Pause machen Also ich hätte gern noch Graf schaften Aber ich kann sie gerade nirgends wegschmeißen Ich werde sie schon wieder überfallen Leute Geh weg Geh weg Wenn du weg gehst Ist alles in Ordnung Okay Ist nicht beeinflusst Frömmigkeit Jetzt schon gern noch ein paar Graf schaften Weil Was ich machen könnte Weißt du was ich machen könnte Burgau ist gut Augsburg hat halt wirklich schöne Steuern Durch Reichsitz Motte Bollwerke Gehöfte Weiler Weiler Entwicklung Boom So 1,4 Die kommen nicht zu mir Halbbruder Und Vasal Nachsichtiger Nahr Zierlich Easy Ich könnte mir überlegen Also meine Idee wäre jetzt Ähm Für mein Erben Ich weiß noch nicht Ob es klug ist Das zu tun Ich habe Anspruch auf Nördlingen München Ingolstadt Und Augsburg So Herzogtum Schwaben Bayern Nordgau Und Augsburg Was eine Menge ist Alter Gib dir mal Das ist schon viel Meine Idee ist Dass ich für ihn Mir zwei Grafschaften raussuche Kempten zum Beispiel Ist stark Ne Da wird was gebaut Jagdhüttenzeug Der ist stark Burgau Ne Grüningen vielleicht Ja Vielleicht nicht Also irgendwelche Irgendwelche Grafschaften Der Suche Regensburg zum Beispiel Ist stark Hat ein Anwesen Schau dir den Schwachsinn an Gemeindekontrolle Ist nicht Das ist ein Problem Aber Wenn ich mir das hole Ne Regensburg Und Blablub Und hier zum Beispiel Passberg Gibt Geld wie Heu Auch bei Aufgebote Und Blablub Könnte ich ausbauen Dass ich sag Hier Ich nehme mir Ich nehme mir Burgau Als Beispiel Weil das ist ausgebaut Da sind Holzkasernen Bollwerke Und 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 Ne Wie viel gibt der mir An aufgeboten Kann ich mir nicht angucken Das Ding ist halt Ich habe hier Kontrolle Und 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 Die wegzuballern Mir Selbst wegzuschießen Wäre halt dumm Bei Ablehnung Beginnt ein Krieg gegen euch Mit dem Kriegsgrundaufstand Er verliert Meinung Und verliert Meinung Er wird sich diesem Eigenen Aufstand Anschließen Ja Das ist gefährlich So Und Kempten Burgau Also Burgau würde er weggeben Kempten eher nicht so gern Kann ich nachvollziehen Wer würde annehmen Neue Domänengroße 5 von 6 So Verliert Meinung Wer aber immer noch Im P Ich habe einen Anspruch Sodass ich ihn Ohne als Tyrann zu gelten Easy Die Kontrolle wird sich ändern Nicht gut Aber ich möchte halt Für mein Kind Ordentlich Wumms haben Ne Dass ich Hier Zeugs hab Hier zum Beispiel Ne Da muss ich halt dann Draufknallen Mit Kontrolle Aber Das ist ja kein Thema Ich kann ja Kontrolle In Rotenburg Die steigt von alleine Oder So Regensburg gehört mir So ist es Da stand zwar Das ist kein Akte Tyrannei Aber okay Regensburg Ist wichtig Macht jetzt noch kein Geld Aber Kommt noch Kommt noch Kommt noch Weil mich kann hier immer noch Grünendes Land bauen Oder Höfe und Felder Mega nice Das Ding ist Später kann ich hier Besitzstumsteuer Versorgungsschwelle Bum 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 Bei grünendes Land ist es halt Ja Das ist so ein allgemeines Teil Kasernen Ich glaube ich baue jetzt hier mal ein grünendes Land hin So Haben jetzt alle Meinungen verloren Nö Nö Ritter ist eingetroffen Oh der ist auch nicht schlecht 10er 16 Geht Ähm Warte 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 mal Nicht so schnell Nicht so schnell Meine beste Grafschaft Also das könnte super dumm sein Aber ganz im Ernst Ulm Ist nicht schlecht Burgau wäre halt richtig gut Aber der wird mir das Nicht Geben Doch wird er Durch den eure untertan 20 Meinungen von euch verlieren Ist mir egal Gebt mir her Will ich haben Für meinen Enkel Sohn Sorry Sohn Nicht Enkel Ist ja erstmal egal Die kann nix Ne Reich Genau So ist es So das findet er jetzt nicht toll Meinung steigt Stück für Stück Der ist jetzt nicht mehr so zufrieden Kann ich nachvollziehen Graf Radolf Wo ist denn der Da unten Ja Warum Beanspruchte meinen Titel Tyrann Ja das geht irgendwann weg Kurze Herrschaft Weg Nee Fraktionen Ja Naja Aber ist schon kritisch Das brauche ich jetzt nicht Hirsch in Weiß Da ist er wieder Als die Tage vergehen Und keine weißen Würsche mehr In den Geschichten auftauchen Die mit den Ohren kommen Werde ich rastlos Jemand muss das Tier Doch gesehen haben Ein Festmahl Sehr gerne Danke für das Festmahl Jemand muss gesehen Was ist mit dem Bau Und über den Land Vielleicht soll ich Einsenden Okay Udo schicken Udo erhält abgelenkt Nö Einschreiben Das ist okay Kann ich mehr leisten Das ist geil Ich bin Ich bin hier An diesem Festmahl Dabei So Wow Ich Graf Berthold Und Gräfin Adelheid Und das war's Und hoffentlich lohnt sich das Sie begrüßt uns Und das war's Das war's Drei Leute Mehr nicht Was ist das für ein Winzfest Aber das meinte ich Dieses Festmahl Symbol Das gibt es auch mit einem Bogen für die Jagd Aber ich habe es nicht gefunden So jetzt mache ich Gold Plus 15 Ich habe Fremdigkeit Ich habe alles vorbereitet Die Güte ist ein bisschen niedrig Ich bräuchte mehr Ritter Das ist stark Hier Königsgarde Da müsste ich noch runter Aber da werde ich nicht hingehen Egal Das ist wie es ist Meine schönen Gewänder Jedem war klar Dass Berthold zu viel getrunken hatte Doch sie wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen Schon das Aufstehen War zu viel für sie Und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß Mit stinkendem Erbrochenem bedenkt Anspannung Also wenn sie sich nicht Was ist denn das für ein Fest Hallo Äh Lol König Orso Ansprüche Weiß nicht Nein Er nicht Naja das war das mit der Frömmigkeit Also ne Das Königreich Uff 600 Die ist richtig wütend Aber das wäre geil Ein ganzes Königreich einverleiben Das hätten mir aber schon reichen Hier so ein kleiner Religionskrieg Um Herzogtum Vielleicht kriege ich das noch hin Muss man mal sehen Das kannst voll vergessen Äh Das ist nix wert Ne Oder Ne Da oben war Göttingen Ja Göttingen hätte ich schon gerne Aber Ansprüche einer Gräfin Die hat nichts Um Grafschaft Ne Geh du mal da auf Seite Das nervt ein bisschen Herzogtum Da wäre Göttingen dabei Göttingen gibt plus 5 Also mir selbst nicht Aber ne Mal schauen Mal schauen Mächtige Vasallen Graf Radolf Ja das ist der blödere Und der da Hiltrude Aber die kann nichts Das ist so schlimm Mann Naja gut Okay Gräfin Adelheid kündigt an Dass das Essen leicht verspätet Serviert werden würde Und Gräfin Adelheid sieht aus Als würde sie Vor Verdruss gleich platzen Wenn nicht gerade ihr Magen knurrt Hört man sie selbst Um zu bringen knurren Okay Ich könnte Anspannung verlieren Oder ich bleib einfach höflich Das ist gut Das ist sehr gut Vasallen Meinung ist wichtig Ja So Ingolstadt Nördlingen In Nördlingen kann ich was bauen Uh Jagdtierreviere Die sind günstig Gönn dir Ich baue das Ding richtig schön aus Wie heißt mein Sohn überhaupt Gundbert wieder Ah Dann kann ich wieder als ein Gundbert spielen Der schüchtern ist Was so kacke ist Da muss ich echt gucken Ob ich das wegkriege Nachdenklich ist gut Gefühllos ist eher so Weiß nicht Aber mal sehen Wie alt ich bin Aber Ich habe halt Großen Gesundheitsbonus Jungjäger Höhere Dienst hier Gast entschlossen Bläh Robust Zwilling Ich wurde als Zwilling geboren Sie wahrscheinlich Ja Zurück nach Hause Lebt wohl meine Vasallen Was für ein Festmahl Ich werde mich noch lange an die Tage erinnern Ja das ist ja Nennt sie dich oft Kotzt Na klar Spuren von frohem Wein abgewaschen werden Blablab Anspannung verloren Eifrige Frohnatur Das ist so gut Nice Aber wie viel Eigenschaft Ich muss sagen Der Stefan Übertrifft Gundbert Noch um ein weites Also Wenn ihr mal guckt Wie klein ich angefangen habe Am Anfang Und jetzt habe ich Drei Herzogtümer Schon Zusammen Das ist halt schon Mächtig Für ein 20er Ein 14er Ja komm Ritter Gönn dir Mach mit Ist in Ordnung Brauche ja ein paar Ritter Die ein bisschen was können Ne Zur Aufgebote wird Das wird Ich könnte sie erhöhen Wenn ich das Geld hätte Was ich irgendwann bald bekommen sollte Größe 3 von 3 Mehr geht nicht Ja Okay Schade dass mein Kriegsvolk so gering ist Ich hätte gern mehr Regimente Aber Die Schwelle ist erreicht Und ich weiß nicht Wie ich sie erhöhen kann Wahrscheinlich Verwaltungs Es ist meine Domäne Wow Kriegsgewinner Was ist ein Steuerbetrag Das ist krass man Okay Cool Cool Also das ist auf jeden Fall nice So Hier wird ganz viel gekämpft Eroberungsfeldzug Eroberungsfeldzug Die verteidigen Wo ist das denn Schweden Ist ganz da oben Also ich gucke gerade Ob ich bei irgendeinem Krieg Mitmachen kann Aber ich glaube fast nicht Das ist da oben ein bisschen weit weg Hier hat es einen kleinen Krieg Hier hat es einen kleinen Krieg Aber den werde ich halt nicht Wissen erhöht Angesehener Art Die ist 72 What Krass Die ist 72 Sophia ist verstorben Okay Gast geholt Ritter Boom So Ratsmitglied Relevant Ja 20 Ja sorry Das ist einfach besser Der kann was Dann kriegt er einen Posten Easy Radolf hat Pech gehabt Und die hat Pech gehabt Also die sind stark Mit ihren Aufgeboten Keine Frage Wollen wir der noch mit Dem verheiratet ist Der da hinten hockt In Freiburg Freiburg wollte ich mir Auch mal holen Aber Naja Schauen wir mal So Jetzt Leute Es ist schon fast 12 Uhr Ich wollte um 10 ins Bett Ich bin immer noch am Aufnehmen 4 Stunden Ja jetzt meine ich bis 0 Uhr Aber dann ist Ende Dann ist Schicht Okay Ja aber jetzt habe ich doch hier Rechtsmäßiger links Ja oder Hier auch Hier auch Da auch Nur da drüben wahrscheinlich Irgendwann Ja genau Weil ich nicht Crurezia erhalte Da fehlt mir noch Hier der Bums Ja das gehört halt alles dem Typen Ist aber egal So ich mache jetzt richtig Kohle Ich habe gutes Prestige Wachstum Frömmigkeit ist in Ordnung Oh 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 Ich wollte mal gucken Er hat wenig Frömmigkeit Gar kein Prestige Und null Gold Er ist krank Nein Oh bitte mich Er ist krank Okay Wir suchen uns jetzt für ihn jemanden Der richtig gut ist Vergiss Matrilin Summe aller Werte Genie 24 Das ist nicht schlecht Genie ist geil Gibt es jemanden mit mehr als einem vererblichen Wert Da gibt es doch ein Bündnis obendrauf Auch nicht schlecht Werte sind halt auch wichtig Fruchtbar ist gut Fruchtbar ist sehr gut Armenisch Vererblich Okay Fruchtbar Boom Genie Gibt es nicht Es gibt zwei Genies Auf dem Markt Intelligent ist nicht schlecht Die hat auch sehr gute Werte Aber Ähm Vielgeleit Ja das geht noch gehen Das geht noch gehen Intelligent ist schon gut Er ist krank Er hat gar nichts Bayerisch Die hat halt Diplomatie ganz gute Werte Und könnte ihn da sehr gut austarieren Ich glaube das ist besser Aber sie ist paranoid Gefühllos Er ist auch gefühllos Okay Leider mögen sich Gefühllose nicht Weil sie sind gefühllos Eiferer ist er nicht Er ist halt schüchtern Die Chance ist niedrig Das ist das Problem Die Chance ist niedrig Moderat Aber er verliert 200 Das ist nicht gut Also ich würde echt gerne Jemanden holen Der Moderat Landlos Ja aber Ist auch landlos Und die ist auch Und die ist noch Fruchtbarkeit Also Moderat ist halt Minimum Was ich brauche Hoch wäre gut Aber Bei der ist es niedrig Bei der ist es Moderat Warum auch immer Eigenwillig Sadistisch Ah Sündhaft Doppelsündhaft Genie ist cool Aber es bringt mir nichts Fruchtbar Lebenserwartung Vererblich Ist nicht super Ne Ist dumm Aber Ich brauche Kinder Und dann kann ich gucken Dass ich mit den Kindern Irgendwie hinkriege Ja muss man schauen Weil der muss bald heiraten Also fruchtbar ist wichtig Weil der hat leider schüchtern Das kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr weg Doof Ich bin jetzt wie alt 63 Wie ist 50 Und ein Bastard Geil Ausgezeichnet So Okay So jetzt läuft alles Recht ruhig Graf Radolf ist beeinflusst Sehr schön Sehr schön Du sollst ja Oh der hat sich ein Bart wachsen lassen Alter der schaut so kacke aus Uff Die Ausbildung endet Margarete Fähige Taktiker Und Plünderer Null Ähm Ich würde gerne mal Den Guten zum Barbier schicken So Seine Kleidung Was kann man hier so machen Könnte ich mal dunkle Haare bekommen So Warte mal Ich hatte Was hatte ich denn für Haare Ich bin fett nicht Ich bin einfach nur rüstig Standard Okay Also da Da machen wir jetzt ein bisschen Den Barbier auf Ähm Was sieht denn gut aus Also ich mag dunkle Haare eher lieber Westlich Gemein Adelsgewand Ja hier Ne Wieso denn niedrig Wie wäre es denn mit was hochadeligem Hä Na die jetzt vielleicht nicht Also die vier gefällt mir ganz gut Rüstung Nachthemd Ach du scheiße Nördlich Nördliche Hochadelsgewandlung Byzantinisch Arabisch Steppen Rüstung Ach du Kacke Ne Afrikanisch Öh What the heck man Das ist hochadel Lol Ne 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 Also da Da hatten wir Tempelritter Ne Westlich Hochadel Vier hat mir schon ganz gut gefallen Oder Hochadel Zwei Also die drei ist mir zu wenig blau Die eins ist auch noch okay Die ist ein bisschen decent Aber Ich glaube die vier wird Eingeschüchtert Okay Kopfbedeckung Was hab denn ich für ne Krone auf So ne Kronenreif Wie wärs denn mal wenn du Stirnreif Flirteliss Krone Ganz im Ernst So langsam könnte ich Also ne Kaiserkrone und sowas nicht Ne Das ist viel zu viel Blätterkrone vielleicht auch ein bisschen viel Obwohl die ist irgendwie Helm Kapuze Kappe Byzantinischer Stirnreif Ne Mütze Na komm Turban Adelsturban Leute Lotuskrone Uff Uff Die ist viel zu krass Nein Okay Was gibt es noch Opulente Krone Ne Reichskrone Indische Helm Ne aber ich fand diese Diese kleine Krone Eigentlich Flirteliss Ganz im Ernst So langsam bin ich schon dabei Dass ich sagen könnte Hier Ne So Ich hab schon eher kurze Haare Ne Topfschnitt Was hab ich denn Ich hab Standard LoL Schade dass man den nicht drehen kann Lang glatt Ausrasierte Seiten Lockentopf Große Locken Römisch Ausrasiert Das sieht doch nicht schlecht aus Afro Zöpfe Dutt Ne aber ganz im Ernst Also wenn ich jetzt gucke Römisch ausrasiert Das sieht doch gut aus Was gibt es denn sonst noch Ausrasierte Seiten Topfschnitt ist furchtbar Ungepflegt Sehr kurz Kurzwellig Lockentopf Römisch mit Krone Passt Der wird Ordentlich Ne So Wenn ich die Die Frömmlichkeit hab Könnte ich noch den Krieg Anstreben Aber Vielleicht Ich mein Why not Was soll ich mit der Frömmlichkeit Was will ich mit dem ganzen Prestige Ne Das ist das Ding Dann doch lieber Hier Sagen Krieg Waffenstillstand Hier Geben wir das ganze Herzogtum Von Ostfranken Boom Aber geht nicht Weil Der Waffenstillstand Ist noch wie lange Hä Ich hab ein Waffenstillstand mit Ja Ach den würde ich Ah hab ich Ah Bis wie lange 1933 Das ist fast In einem halben Jahr In einem halben Jahr könnte ich hier das ganze Herzogtum wegnehmen Würde ich machen Würde ich machen Easy Weil Königreich Möchte ich jetzt noch nicht machen Ich hab weder helle Köpfe noch wunderschöne Charaktere Ich hab auch kein Genie Herkules Oh was ist Herkules Ho Nice Wunderschön ist krass Genie hab ich auch nicht Ich hab zwar keine schlechten vererblichen Aber Das wär halt nice Starkes Blut wär so nice Plus 400 Millionen 1000% Das ist krass Blutlinie Weihen Leistern Bekanntheit Okay Die hab ich nicht Das auch nicht Das auch nicht Kriegerorden Ich hab kein Königreich Was macht denn ein Kriegerorden Kriegerorden sind unabhängige Militärische Organisationen Okay Ich kann sie anwerben Frömmigkeit Näh Geht so Ja und Königreich Müsste unabhängig sein Dann könnte ich ein Königreich Gründen Das wär krass Aber ich bin leider nicht unabhängig Und von dem Ähm Sag ich mal Unabhängigkeitskrieg zu machen Ist Riskant Der kann zwar nichts Und die können schon was Aber Ich Das ist halt die Sache Will ich unabhängig Vor allem Ich bin in seinem In seinem Rat Der gibt Steuern Das ist nicht schlecht Aktuell Das ist aktuell Nicht schlecht Deswegen Sehe ich da Keinen Können sie Ein Festmahl Könnte ich nochmal machen Anspannung Meinung Aber das Spare ich mir Jetzt erstmal So Wem können ich denn noch Krieger König Jasper Ja da breche ich Nee Herzog von Thüringen Da würde ich das Ding da oben bekommen Göttingen Weit unterlegen Das wäre so nice Göttingen Ist so viel wert Hat den Krams Das ist so nice Aber will ich das Das ist halt das Ding Ich hätte lieber aus Franken Weil Da den Krieg zu erklären Was ist das hier schon wieder Geht nicht So ich könnte Grafschaft einnehmen Bäh Der hat einen Verbündeten Der kann auch nichts Ich könnte halt nochmal richtig Kohle machen Scheiß drauf Scheiß drauf Bevor jetzt Ende ist Machen wir nochmal richtig schön Krieg Und rufen Verbündete Ich ruf die alle rein Jetzt machen wir nochmal richtig Richtig krass Ne Tschüss mit den ganzen Bums Die Herzogin kommt auch noch mit dazu Ähm Die haben noch kein Kind gezeugt Die haben Kinder Rassal im Königreich Bayern Wo ist das denn Da hinten Der hat einen Titel Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Ich verliere Ich verliere Die Grafschaft von Hohenberg Würde ich verlieren Hohe Lehns Autorität Ich brauch königliches Vorrecht So die schließen sich alle an Geil Damit ist dieser Krieg eigentlich schon so gut wie geworden Ich hab 11.000 Truppen gegen 1.000 Ha Ich hab richtig viel Prestige rein gebrettert Ist aber voll egal So Wie lange dauert das? Oh lange man Ist gut Ja 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 In Burgau Burgau Linksburg ist ein bisschen Aber Burgau Das geht schon So Ich brauche Bin der Kulturoberhaupt Ähm Die wollen Königliches Vorrecht Das brauche ich Ähm Wahrscheinlich in 34 Jahren Oh Okay Ähm Mal gucken ob ich das machen kann Weil Die ist schon alt Der nicht Das geht Aber der Ehepartner ist Ein Höfling Dann muss ich wieder Ansprüche fingieren Und so Und Schwachsinn Der ist schon verheiratet So Also ich verliere Ich verliere Hohenberg Wenn es wäre Hohenberg würde ich verlieren Und Gaza Wo haben wir das schon wieder liegen? Okay Das ist mir ja egal Gaza ist ja Wieso habe ich das denn gemacht? Das ist so wurscht Wieso habe ich das? Whatever Gut Cool Ich habe die darüber verschifft Wie dumm ist das denn? Voll egal Aber Hohenberg ist wichtig Weil die hat Kinder Erben Und der Kürzelhaus Hallstatt Und der Lehnsherr Ja klar Aber dieser Lehnsherr Ist dann das da Halten Titel Die von Herrschern geerbt werden Die nicht eure Vasallen sind Halten Titel Die von Herrschern geerbt werden Die nicht eure Vasallen sind Genau Der da ist Lehnsherr Salz Ja gut Aber ganz im Ernst Das da Das kann ich mir auch irgendwann holen Oder Okay Gut Ich mache jetzt Ende Wir haben jetzt 0 Uhr Krieg geht los Ich hoffe ich erinnere mich nächstes Mal daran Dass ich da oben jetzt Krieg mache Feindarmee Blub 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 Aber da kommen Verbündete dazu Also da werden Verbündete ausgehoben Da werden Verbündete ausgehoben Da drüben haben wir noch Verbündete Die ausgehoben werden So und dann holen wir uns das Easy Fest im Frankfurt Bauernaufstand Perfekt Da oben ist Stress Geil Wir sind sehr weit gekommen Ist das auch Teil von Bayern? Oha So Bayern Augsburg Schaut mal wie groß Augsburg geworden ist Wir sind gar nicht mehr so klein Und wenn wir das alles hier bekommen Also nicht alles aber Ein Großteil davon Also das Herzogtum Herzogtum Thüringen Das ist auch wieder groß Okay Aber hier lasse ich es erstmal sein Ich sage vielen lieben Dank fürs Zugucken An jeden der hier eingeschalten hat Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich finde das Spiel abartig geil Ihr seht es ja Bei Starcraft wäre ich sicher nicht Zwei Stunden über Ende jetzt Sitzen geblieben Aber hier es gibt so viel zu tun So viel zum Planen Ich habe jetzt am Ende nochmal Mir Regensburg und Ingolstadt geholt Einfach damit mein Sohn was hat Übrigens ich könnte hier nochmal Steuern machen Aber nochmal Geld Und ich mache das richtig gut für Gundbert Dass es dem besser geht Wenn er übernimmt Ich hoffe das läuft Ich hoffe das reicht zerfällt Ich habe nur einen Bruder Einen Sohn Das ist perfekt Das ist gut Und das wird Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen Ich hoffe ihr habt Spaß Ich wünsche euch wie immer Einen wunderschönen Tag Auch wenn es bei mir jetzt nachts ist Und ich schlafen gehe Macht's gut Bis dann Ciao Heyo Und vielen Dank fürs Anschauen des Videos Wenn ihr mich unterstützen wollt Klickt einfach auf den Daumenrauch Button Habt ihr irgendwelche Wünsche Feedback oder Vorschläge Lasst es mich in den Kommentaren wissen Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren Um kein Video mehr zu verpassen Ich wünsche euch einen wunderschönen Und stressfreien Tag Macht's gut Bis dann Bis dann